Teil 19 von Die Gottesfreundin Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Seepferdchen. Die Gottesfreundin von Karl Gjellerup. Viertes Buch, zweites Kapitel. Intrat Amicus Dei. Es ist recht abschüssig und sehr steinig hier. Stützt euch fester auf meinen Arm, Hochwürden. Hochwürden? Soeben nanntet ihr mich noch du und meinen Sohn. Das war auf der Höhe des Kalvarienberges. Jetzt steigen wir zu den Menschen hinunter und wollen der Welt geben, was der Welt gehört. Der letzte Teil des Abstiegs ist beschwerlich. Noch beschwerlicher zeigt es sich, über den Steg zu kommen, der nur an der einen Seite mit einem schwachen, schwankenden Geländer versehen ist. Auf dem Wege zur Burg hinauf drohen Ottmar die Kräfte mehr denn einmal zu verlassen, so dass er ein paar Minuten lang stehen bleiben oder sich auf einen Baumstumpf niedersetzen muss. Jedoch der Stock des Kaufmannes, dessen er sich bedient, und noch mehr der stützende Arm leisten ihm gute Hilfe und sie erreichen endlich ihr Ziel. Der Kaufmann schlägt von selber den kleinen Fußpfad ein, auf dem Ottmar die Burg verlassen hatte. Der schlängelt sich durchs Gewüsch nach einer Tür, die in einer Mauerecke verborgen ist. Diese Pforte war nicht verschlossen gewesen, als Ottmar aus ihr hinaus stürmte, ohne sich weiter etwas dabei zu denken. Sie ist ihm ein vertrauter Ausgang von alten Tagen her, wo er ein häufiger Nachtschwammer war, der es liebte, in mondhellen Nächten auf Waldpfaden seinen Träumen nachzugehen. In den friedlichen Zeiten, die man damals genoss, ließ man die kleine, halb verborgene Tür unverschlossen. Jetzt kommt ihm der Gedanke, dass er allerdings, so wie die Sachen jetzt stehen, Vorsorge hätte treffen sollen, dass sie sicher verriegelt würde. Andere haben das in seiner Abwesenheit getan. Man hat die Tür abgeschlossen, während ich fort war. Niemand wusste, dass ich ausging. Nun müssen wir bis zum Morgen warten, sehr lange kann's wohl nicht mehr dauern. Immerhin ist es für ihn, den Todmüden, eine Enttäuschung. Es zieht kühl von der Waldschlucht her, das ist keine erfreuliche Aussicht, wenn es sich auch nur um eine kleine Stunde handelt. Wir werden sehen, sagt der Kaufmann. Er bückt sich und liest einige der umherliegenden Steinchen auf. Ottmar blickt im Po und erkennt undeutlich einen Fachwerk-Acker, der in doppelter Manneshöhe über ihm aus der Mauer hervorspringt. Der war zu seiner Zeit nicht dagewesen. Es ist die erste bauliche Neuheit, die ihm an der Burg auffällt, die ja in Begriffe steht, umgebaut zu werden. Eins, zwei, drei Steinchen wirft der Kaufmann dort hinauf. Der Klang bezeugt, dass sie an einem Fensterladen anschlagen. Es dauert nicht lange, so wird der Laden geöffnet. Da? fragt eine schlaftrunkene Stimme. Amicus tuus de equil. Die überraschende Antwort erinnert Ottmar an die Innschrift in Gertrud von Laufens Abschritt der deutschen Paulus-Übersetzung, von ihrem Freund und Gottes. Gut geantwortet soweit, Mord der Wächter oder wer sonst oben im Erker steht, aber nicht genug, um in diesen unruhigen Zeiten zur Nachtzeit eingelassen zu werden. Kommt herunter und ich werde euch zeigen, wem ihr aufmacht. Der Fensterladen schließt sich, mit einem nicht sehr freundlichen Brummen. Es dauert eine Weile. Ottmar will schon bemerken, dass der Versuch wohl misslungen sei, als Schritte von jenseits der Mauer hörbar werden und ein schwacher Lichtschein sich nähert. In der Tür wird eine kleine Klappe geöffnet, nicht größer als eine Hand. Eine Hand ist es denn auch, die sich in der Öffnung zeigt. Sie völlig ausfüllen, die Handfläche nach außen, gleich einer Tafel. Ottmar ist voll Neugier näher getreten und sieht jetzt, dass der Kaufmann mit seiner Fingerspitze auf dieser Handtafel mehrere Zeichen, Ringe, Kreuze, Punkte schreibt. Angedämpfter Ausruf ertönt von drinnen. Die Hand ist schon verschwunden. Der Schlüssel glirrt so eifrig im Schloss, als gelte es das Leben, die Tür schleunigst zu öffnen. Sie geht mit einem Ruck auf. Drinnen steht der Hausmeier und hinter ihm ein Wächter mit einer Leuchte. Obwohl der Kaufmann erst kürzlich erklärt hat, der Welt das ihre gegeben zu wollen, setzt er bei dieser Gelegenheit aus irgendeinem Grunde alle Förmlichkeit beiseite und tritt zuerst ein. Der Hausmeier ergreift seine Hand und küsst sie. Ach Herr, wir sind euretwegen in großer Sorge gewesen. Aber ist es denn auch richtig, den Kopf in die Löwenhöhle? Er bricht ab, als er plötzlich das Gesicht Ottmar's in dem Lichtkegel der Leuchte auftauchen sieht. Der schmale Stirnhautstreifen zwischen den dicken braunen und dem pelzmützenartigen Haare runzelt sich unwillkürlich zusammen, während er ein »Gon Morgen hoch würden« in seinen struppigen Bart mummelt. Ottmar weiß recht wohl, dass der Hausmeier ihn nicht gerade mit günstigen Augen betrachtet. Er hat es längst bemerkt mit der oberflächlichen Verwunderung, die hochgestellte Persönlichkeiten für derartige Gefühle bei Untergeordneten übrig haben. Diesmal, in dem unwillkürlichen Ausdruck der Überraschung, fällt es ihm mehr denn je auf. Und jetzt weiß er auch, dass er dieses Gesicht schon lange vorher einmal gesehen hat, jedoch nicht hier auf Langenstein. Bei welcher Gelegenheit haben sich diese Züge gerade mit diesem feindlichen Ausdruck in seine Erinnerung eingegraben? Es bleibt ihm versagt, diese Gedanken weiter zu verfolgen. Seine Verwunderung über den Eingang und den Empfang des Kaufmanns auf Burg Langenstein nimmt ihn zu sehr in Anspruch. Während er die Tür hinter sich zuschlagen und abschließen hört, wiederholt er in Gedanken seine Frage auf dem Kalvarienberg. Was seid ihr denn eigentlich für ein Kaufmann? Eine Frage, auf die eine Antwort schon ahnungsvoll in ihm empor taucht. Ende von Teil 19 Teil 20 von Die Gottesfreundin Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Kaum anderthalb Stunden sind vergangen, seitdem der große Gottesfreund den Burghof betrat, und schon ist die kleine Gemeinde versammelt und erwartet den Meister. Diese Frühstunde ist nicht nur durch die allgemeine Sehnsucht bedingt, sie ist an sich günstig und erwünscht. Zu dieser Zeit schlafen die eingeladenen Gäste den Schlaf des Gerechten, der den Dienern eines hohen Kirchenfürsten beschieden sein muß. Keine Gefahr, daß einer von ihnen umherschnüffelt und sich darüber Gedanken macht, was an irgendeinem entlegenen Ort der Burg vorgehen möge. Und der Ort dieser Versammlung ist in der Tat so entlegen, wie nur irgendeiner in diesem weitläufigen Gebäude. Eine große Bodenkammer, unmittelbar unter dem Dache gelegen, dessen Sparren und Ziegelsteine die schräge Decke des Raumes bilden. In dieser Schräge befinden sich ein paar Fensteröffnungen, gleich verschlafenen Augen, die die Stunde noch zu früh finden, um sich ganz zu öffnen. Durch die Augen späht die Sonne, die gerade jetzt über die Waldhöhe steigt in die Kammer. Ihr Blick reicht freilich nicht bis zur Versammlung hinab, aber in diesen zwei goldigen Strahlen wirbelt der Staub, der durch das Eintreten der Anwesenden umhergetrieben worden ist, als Zeugnis, daß der Raum nicht leer ist. Mit dem Lichte dringt auch Luft herein, deren Frische doppelt fühlbar ist in der stickigen Schwüle, die unter dem Ziegeldach Woche um Woche von dem Sonnenbrand ausgebrütet wurde. Weißgraue Spinngeweber, die von den Sparren herabhängen, bewegen sich langsam und wohlig, gleich atmenden Lungen. Der Raum mutet wie eine Dorfschule an. Bänkereien erfüllen ihn bis zum oberen Teil, wo auf einer Erhöhung ein kleines Pult steht. Hier pflegt Renata, bisweilen wohl auch Gertrud oder Konrad, dem zur täglichen Andacht versammelten Hausstand, ein Stück aus der Heiligen Schrift vorzulesen, aus den Evangelien oder den Episteln. Bisweilen auch eine Predigt oder ein Sendschreiben irgendeines hervorragenden Gottesfreundes. In dieser Woche des Bischofsbesuches sind diese Andachtstunden freilich vorsichtshalber weggefallen. Predigten oder kürzere Ansprachen seiner Hochwürden unten in der Halle sind an ihre Stelle getreten. Nur ein paar der vorderen Bänke sind besetzt. Das ist freilich bei früheren Besuchen des Meisters anders gewesen. Da waren sie bis zum letzten Platz gefüllt. Nicht nur die Freunde unten im Städtchen, auch die von Lengefeld, Winterstetten, Affortsbach und noch weiter entfernten Flecken waren nach Burg Langenstein zusammengeströmt. Ja, sogar das unfern gelegene Kloster St. Jakob hatte einen Beitrag geschickt, denn mehrere der Mönche gehören heimlich zu den Gottesfreunden. Ihre vollkommene Abgeschiedenheit wird der kleinen Burggemeinde durch den Vergleich mit damals sehr eindringlich vor Augen geführt. Die Seuche sperrt die Bürger des Städtchens, diese nächsten Nachbarn am Fuße des Burgfelsens, unerbittlich ab. Die Achtung des Meisters hat seine Schritte in das tiefste Geheimnis gehüllt. Wie ein Dieb in der Nacht kommt er, und weil er unerwartet naht, kann man auch keine Freunde Gottes von seiner bevorstehenden Ankunft benachrichtigen, damit sie herbeieilen könnten, um sich ihm zugrunde zu lassen. Die drohende Wolke aber, die ihren Schatten über ihn wirft, ist nur ein Vorläufer des Gewitters, das dieser Gemeinde selbst und allen Schwestergemeinden ja jedem vereinzelten Freunde Gottes, jedem frommen Herzen droht, das ringsum in deutschen Landen für die im Entstehen begriffene reine deutsche Religion ahnungsvoll und zutraulich schlägt. Die auf Burg Langenstein sind auf sich selbst angewiesen. Es ist wie eine einzige Familie, und eine gewisse Familienähnlichkeit prägt sich auch auf diesen Gesichtern aus und vereinigt den Ackerknecht mit dem Hausmeier, die Magd mit dem Ritterfräulein. Es ist eine eigentümliche Mischung von Bedrücktheit und Trotz, Demut vor Gott und Stolz den Menschen gegenüber, auf einigen Stirnen mit dem Gepräge geistiger Beschränkung verbunden, wobei dann das Element des Stolzes, das die Oberhand hat, wohl auch in der Gestalt des geistigen Hochmuts auftritt. Man fühlt sich eben als das Salz der Erde, ja, ein klein wenig als das Salz des Salzes, denn ist es nicht allen Freunden Gottes nah und fern, ja, bis in die entlegensten Gaue, bis in die Almen des Oberlandes, wo der ewige Schnee sich in den Himmel erhebt und in die Gehöfte des Niederlandes, wo der Rhein seine Fluten zum Weltmeere wälzt, ist es nicht überall männiglich bekannt, dass unsere liebe Frau Renata die geistige Tochter des großen Gottesfreundes ist, wie Weilands Schwester Katray von Straßburg, die des Meisters Eckehardt, dass diese Burg Langenstein, dem großen Unbekannten, ihnen so Bekannten, dem Apostel deutscher Religion, welcher Weltlichkeit gegenüber, vor allen anderen Orten ans Herz gewachsen ist, ihm, dem Heimatlosen, gleich einer Heimstätte gilt? Und nun hat er mitten durch die Scharen seiner Verfolger hindurch dies Heim erreicht. Er hat es gewagt, obwohl das Haupt dieser feindlichen Heerscharen gerade hier seine Herberge aufgeschlagen hat. Eine eifrige Unterhaltung findet in gedämpften Flüstertönen statt. Sie dreht sich um die Ankunft des Meisters und ihre sonderbaren Umstände. Den Mittelpunkt bildet ein kleiner, recht unansehnlicher Mann mit spärlichen weißen Haaren. Es ist der Wächter vom Erker, dem über der Türe in der Mauerecke. Die vor ihm Sitzenden wenden sich ihm zu, die wenigen, die auf der dritten Bank sitzen, haben sich hinter ihm zusammengedrängt. Schon wissen alle, dass der Meister noch in der Nacht, kurz vor dem Morgengrauen, in Begleitung des Bischofs vor der Türe stand. Diese rätselhafte und beunruhigende Verbindung verursacht viele Mutmaßungen. Von Kuno, dem Wächter des Burgfriedes, der nicht anwesend ist, hat der Fuhrmann gehört, dass der Bischof am vorhergehenden Nachmittage nach der Stadt hinuntergegangen sei, bei der glühenden Hitze ein höchst sonderbarer und deshalb verdächtiger Umstand. Er war nachmittags allein in die Stadt gegangen und erst beim Morgengrauen in Begleitung des Meisters zurückgekehrt. Hier aber berichtigt die jüngste Magd. Als sie noch spätabends den Nachttrunk in die Turmkammer brachte, habe der Bischof eifrig beim Schreiben gesessen. Also hat er noch einmal nachts ganz im Geheimen die Burg verlassen, um dem Meister zu begegnen, von dessen Ankunft er offenbar durch seine Späher in der Stadt Nachricht erhalten hatte. Aber zu welchem Zweck? Wer konnte sich wohl darauf einen Vers machen? Wo nur Mutter Ursula blieb, die hätte gewiß eine beachtenswerte Meinung geäußert. Mutter Ursula, einst die Amme Gertruds, jetzt Haushälterin auf der Burg Langenstein, ist nächst Frau Renata und Fräulein Gertrud bei weitem die angesehnte Person auf der etwas spärlich vertretenen Spielseite. Ihre Abwesenheit ist längst schmerzlich aufgefallen. Sie ist eine bibelfeste Frau und pflegt bei solchen Gelegenheiten sonst nicht die Letzte zu sein. Aber wahrscheinlich wird sie mit dem Meister und Frau Renata zusammen erscheinen. Die jüngste Küchenmarkt erklärt aber, dass Mutter Ursula überhaupt nicht kommen kann. Sie pflegt den Bischof. Wie? Der Bischof ist krank? Wisst ihr das denn nicht? Der Fieberfrost schüttelte ihn wie Espenlaub, als er in die Halle trat. Konrads eigene Worte. Er musste sofort auf den Tod krank zu Bett gebracht werden. Freilich, wenn jemand ihn durchbringen kann, dann ist Mutter Ursula die Rechte. Sie und Frau Renata und erst der Meister selbst. Hat nicht Ursula erzählt, dass er es war, der einst in Straßburg den armen Herrn Hugo von seiner Wunde heilte? Aber die Köpfe ringsum schütteln sich bedenklich. Scheinen übrigens auch nicht sehr hoffnungseifrig zu sein. Ob diese Krankheit eine Gottesstrafe ist? Sieht es nicht ganz so aus, zumal da von einer Ansteckung unten in der Stadt keine Rede sein kann, denn die Seuche, hat der Hausmeier gesagt, tritt ganz anders auf. Die Erklärung ist von wohltuender Wirkung, denn bei der Erwähnung der plötzlichen Erkrankung des Bischofs hat sich mehr als eine Wange entfärbt. Wenn es also eine Gottesstrafe ist, dann werden wohl Pflege und Arzneikunde nicht viel nützen. Es kann aber auch eine Vorbeugung sein, denn zweifelsohne hat der Bischof schon entdeckt, welche Bewandtnis es mit diesem geheimnisvollen Fremden hat. Nun liegt er aber hilflos da nieder und kann nichts Böses unternehmen. Eine offenbare Fügung ist es auch, dass sein Famulus nicht da ist, denn dieser wäre sicher dahinter gekommen, musste doch das dünnbeinige Bleichgesicht überall herumschnüffeln. Das Flüstern wird dabei noch gedämpfter, und scheue Blicke schielen nach Gertrud hin. Mit dem starken Beobachtungssinne des Gesindes ist man sich darüber klar, dass das Fräulein weit davon entfernt ist, das allgemeine Misstrauen gegen Vincenzius zu teilen. Aber jetzt verstummt auch das leiseste Flüstern. Die Stiege knarrt unter herannahenden Schritten. Renata, vom Meister begleitet, tritt herein. Alle erheben sich. Gertrud tritt hervor, verneigt sich und küsst seine Hand. Dies wirkt wie ein gegebenes Zeichen. Im Nu sind die Bänke leer. Man drängt sich um ihn, ergreift seine Hände, seinen Rock. Willkommensausrufe, Grüße, Segenswünsche, Bitten. Einige Frauen schluchzen vor Erregung des Wiedersehens. Er ist nur ein Geächteter, auf dessen Haupt ein Preis gesetzt ist. Allein die Gefahr, die ihnen selber droht, ist bei seinem Anblick vergessen. Es ist, als ob sein Erscheinen Sicherheit und Frieden prächte. Ein paar Minuten danach sind die Bänke wieder besetzt. Der große Gottesfreund steht am Pulte. Seine Augen wandern über die kleine Versammlung und ruhen dabei eine kurze Weile auf jedem einzelnen Gesicht. Dann richten sie sich aufwärts mit jenem ihm eigenen sinnenden Blick ins Leere, den sie alle so gut kennen. Keine Glocke hat zum Gottesdienst geläutet, jetzt aber ertönt seine tiefe, glockenglare Stimme. Ende von Teil 20 Gelesen von Hokus Pokus Teil 21 von Die Gottesfreundin Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Isabel Schubert Die Gottesfreundin von Karl Kjellerup Viertes Buch Viertes Kapitel Galle und Honig Eine Predigt des großen Gottesfreundes Ihr lieben Brüder und Schwester, die ihr Gottesfreunde seid, so sehen wir uns denn in schwerer Stunde von Angesicht zu Angesicht wieder. Ich weiß, dass ihr um mich Sorge getragen habt, weil ein mächtiger Kirchenfürst einen Preis auf meine Gefangennahme ausgesetzt hat. Aber dies ist nur ein Zeichen der Zeit und ich war nicht weniger besorgt um euch und sagte früh und spät zu mir, du musst ihren Geist aufrichten und sie waffenen gegen das Böse, was gewisslich im Anzug ist. Und so wollen wir uns denn begrüßen im Namen des Herrn, der da gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Nun steht die Sache aber so, dass je mehr wir die Welt zum Feinde haben, umso mehr sind wir Gottes Freunde. Es kann also gar nicht anders sein, als dass wir, weit entfernt uns zu fürchten und verzagt zu sein, und sogar freuen müssen, wenn die Welt, wie gerade jetzt, sich anschickt, uns mörderische Feindschaft zu zeigen. Jawohl, freuen sollen und müssen wir uns und tun es auch im Geiste immer da, wenn es auch zeitweilig dem Fleische schwer fällt. Und warum fällt es dem Fleische so schwer? Weil das Fleisch wieder den Geist begehrt, und Gott ist Geist. Das Fleisch steht also auf der Seite des Feindes, der Welt, die uns verfolgt, und es ist nun einmal nicht anders. Je ferner der Welt, umso näher Gott, und dies nicht, als ob es zwei getrennte Sachen wären, sondern, wie man sagt, das Schiff hält vom Land ab und steuert der Hohen See zu, so sind das nicht zwei Bewegungen, sondern eine und dieselbe, ungeteilte. Eine finstere Zeit erleben wir, und doch sagen wir lieber, eine Dämmerungszeit, denn das ist ja das Merkmal der Dämmerung, das, wie der Evangelist schreibt, das Licht scheint in die Finsternis. Täte es das nicht jetzt, wie könnte ich hier stehen und zu euch reden? Dämmerung, ob es aber gegen Morgen oder zur Nacht dämmert, Das ist die Frage. Ist es ein neuer Gottestag, der sich empor und durcharbeiten will und wird? Oder soll es den Mächten der Finsternis gelingen, diese Lichtfunken auszustampfen und die Zeit zurückzuschleudern in das dämonische Dunkel geistesfeindlichen Heidentums, das nur umso verderblicher ist, weil seine tiefe Nacht sich mit der Sternenpracht der christlichen Kirche schmückt, den Bethlehemstern in der Mitte? Denn es wäre die Nacht, in der niemand schaffen kann, wie unser Herr Jesus sagt. Denn Schaffen ist Geisteswerk, jene Mächte, aber sind die des Fleisches. Da kann ich denn sagen, dass ich doch meine, den frischen Zug des Morgenwindes zu spüren, gerade so, wie ich ihn spürte, als ich jetzt in der Dämmerung mich dieser trauten Heimstätte näherte. Ja, da war sogar ein kleines Vöglein im Gebüsche. Das begann, noch halb im Schlaf, einige Töne seines süßen Liedes anzustimmen, als ob es sänge, Es will Tag werden. Mag sein, dass mich dies darum so besonders ergriff, weil ich soeben in ein Gemüt hineingeblickt hatte, in dem Licht und Finsternis miteinander rangen, wo es mich aber auch bedünken wollte, als ob eine leise Stimme zu hören sei, Es will Tag werden. Die Zuhörer blicken einander verwundert an. Von wessen Gemüte spricht der Meister da? War er doch dort gerade mit Bischof Ottmar zusammen? Sollte er ihn meinen, ist es möglich, dass der Himmel ein solches Bekehrungswerk vorhabe? Welch ungeheurer Gewinn wäre das für die gute Sache? Aber eine gibt es, die nicht also fragt. Renata faltet die Hände und dankt Gott von Herzen. Ein Dämmerwesen. Und sind wir das nicht alle? Und ist nicht die ganze Welt ein solches aus Licht und Finsternis gewoben? Ein Mischkrug, aus dem wir den Trank des Lebens mit den großen Gegensätzen trinken? Honig und Galle? Ich sehe die Galle mitten im Honige schweben. Also sang vor langer Zeit ein edler Sangesmeister und frommer Ritter, Herr Walter von der Vogelweide, als er sein Leben überblickte, seine dahingegangenen Jahre und sich innig danach sehnte, zum heiligen Grabe zu fahren und an dem Kreuzzuge teilzunehmen, zu welchem damals auch der Herr dieser Burg sich rüstete. Ich sehe die Galle mitten im Honige schweben. Da sind nun viele schnell fertig mit ihrem Urteil. Der Honig, das Labende, das ist das Göttliche. Die Galle, das Gift, das ist das Teuflische. Aber so einfach, ihr Freunde, liegen denn doch die Sachen nicht. Gott ist ein Geist und geht in die Dinglichkeit nicht ein, sondern waltet frei. Deshalb kann es auch anders, ja umgekehrt sein. Ein Beispiel. Als unser Herr und Heiland am Kreuze hing, seufzte er mitten in der argen Pein, die er unsertwegen ausstand, mich dürstet. Und einer von denen, die da unten standen, lief hin und tauchte einen Schwamm in Essig und hob ihn mittels einer Stange zu den Lippen des Verschmachtenden empor. Dieser Essig sollte Jesum erfrischen, war also eine Labung. Aber warum tat der Mann das, aus Mitleid und Liebe? Oh nein! Damit der Gekreuzigte so gestärkt würde, dass er die Qual noch länger zu ertragen hätte. Da war also nicht Gott, sondern der Teufel im Labetrank. Und deshalb wandte auch Jesus, der die Herzen durchschaut, den Kopf ab und wollte von dieser Labung nichts wissen. Ein zweites Beispiel, ein umgekehrtes. Ihr kennt alle das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Nun wollen wir aber diese Erzählung etwas anders lesen. Nach dem Priester und dem Leviten kam also der Samariter gegangen. Der war ein kundiger Arzt und als er die Wunden des Armen überfallenen untersucht und verbunden hatte, wusste er wohl, dass sie tödlich seien. Langsam, aber unaufhaltsam unter großen Leiden sieche das Leben dahin und keine Kunst und Wissenschaft könne da helfen. Der Verwundete aber mochte dies in seinen betrübten Minen lesen und fragte ihn aufs Gewissen und der Arzt konnte die Wahrheit nicht verbergen. Nun fragte ihn der auf den Todkranke, ob er, ein so erfahrener Arzt, in seiner Arzneitasche nicht einen Trank habe, der ihm schnell den Tod bringen und ihm die langen nutzlosen Qualen ersparen könne. Und er bat und flehte, ihm davon zu geben. Da sagte der Samariter zu sich selber, wenn ich ihm davon gäbe und die Wache käme herbei und ergriffe mich, dann würde ich als sein Mörder gelten und dafür selber den Tod erleiden, denn ich bin hier fremd und unbekannt und ohne Fürsprecher. Und der Leidende beschwor ihn noch dringlicher, denn seine Schmerzen wurden unerträglich. Und der Samariter sagte zu sich selber, wenn ich auch jener Gefahr entgehe, werden da nicht später Gewissenszweifel aufsteigen und mich plagen, weil ich getötet habe? Aber der Kranke jammerte und dauerte den Samariter und beschämt sagte er zu sich selber, es schweige die Satanstimme in meiner Brust, soll ich mehr an meine Seelenruhe denken, als an das Leiden dieses armen Mannes und gab ihn ein Becherlein zu trinken von dem Tranke, der nur tropfenweise verabreicht wurde. Und die Schmerzen schwanden und der Mann segnete ihn und verschiet in seinen Armen. Hier, meine Freunde, war Gott im Gifte. Gertrud wagt es kaum, Renate anzublicken, die sehr blass, aber mit unbeweglichen Zügen dasitzt. Konrad tut es verstohlen, Sollte in den bösen Worten Stephans etwas mehr als losig die Rede sein, denkt er, dann ist es so, der Meister sagt es uns, um im Voraus jeden zu feiern für den Fall, dass ihm solche Anschuldigungen gegen die Herren zu Ohren kommen sollten. Wenn ihr nun in dieser Zeit der Bedrängnis berufen werden solltet, mit der Waffe in der Hand eure Herren zu verteidigen und jemand da sagte, es sei fern von mir, zum Schwerte zu greifen, denn mit dem Schwerte Schlagen und Töten, das ist das Teufelswerk, so würde derjenige mehr nach seiner eigenen Seelenruhe fragen, als nach der Gefahr seiner Herrschaft. Einem solchen Übelberatenen werde ich besser raten. Und so sage ich euch denn, wer den Feind erschlägt, nicht aus Hass zu ihm, sondern aus Liebe zu denen, die von ihm bedroht werden, der begehrt nicht das Teufelswerk, sondern Gottes. Da ist Gott in der Schwertschneide, wie wir ihn vorher im Gifte fanden. Denn Gesinnung ist alles, was heißt das, alles. Gott und Teufel, das nenne ich alles. Gott und Teufel, Liebe und Hass. Das hat ein alter, heidnischer Meister tief empfunden und gar fein ausgedrückt, wenn er lehrt, es gäbe überall nichts als Liebe und Hass, und die ganze Welt sei nur das Schauspiel ihres Kampfes. Wenn aber die Liebe den Hass gänzlich verdrängt und allein herrscht, so sei dies das Ende der Welt. Oder, wie wir auch sagen, das Reich Gottes ist da mit seinem Frieden, der über allem Verstand ist. Gesinnung ist alles, Macht der lieben Gesinnung aber ist Allmacht, deshalb kann sie den Hass ganz vertreiben und die Welt aufheben. Eben deshalb nennen wir Gott allmächtig, nicht etwa wie die Schulkinder, weil er Himmel und Erde geschaffen habe. Als ob die Welt ein Holzkasten wäre, den er zusammengezimmert hätte und uns, gleich Spänen, hineingeschüttet. So sprachen auch einige alte Meister von der Materie als vom Bauholze dieser Welt und vom Schöpfer als dem Zimmerer der Baumeister. Da sie aber keine Kinder waren, wussten sie sehr wohl, dass dieser Schöpfer nicht Gott war, sondern ein niedriger, herabgesunkener Engel, der sich in seinem Dünkel für den höchsten Gott hielt und sich als solcher anbeten ließ. Dieser, meinten sie, sei der Weltzimmermann und sein Werk sei danach. Da hat es nun auch Leute gegeben, die an unserer heiligen Schrift dreutelten und sagten, dass der Herr Jesus der Sohn eines Zimmermannes war. Das hat eben diesen Sinn. Er sei der Sohn des Weltschöpfers. Nein, antworten wir, es hat keinen anderen Sinn als den, dass es seiner Demut angemessen war, als Sohn eines einfachen Handwerkers auf die Welt zu kommen und hatte sein Vater ebenso wohl ein Schuster sein können. Nein, nicht dadurch zeigt Gott seine Allmacht, dass er diese schlechte Welt gebaut hatte, sondern vielmehr dadurch, dass seine Liebe die Kraft in uns erweckt, diesen in stetigem Verfall begriffenen Bau zu verlassen, um in seiner lichten Gotteswelt zu leben, wo er uns eine ewige Wohnstätte bereitet hat. Da zeigt er sich denn freilich als höchsten Baumeister, denn alle unsere frommen Bauhütten überall im deutschen Lande zum Herren und Wegführer haben, damit sie, wo die Kirche, die der Weltlichkeit verfallen ist, versagt, unter euch erbaulich wirken können. So suchen wir denn Gott in der Liebe und sagen, er könne ebenso gut im Gift wie im Labetronk sein, denn er ist in der Liebe, die sie darreicht. Wer ihn aber anderswo sucht als in der Liebe, der läuft einem Götzenbilde nach und wenn es die Monstranz selbst wäre. Wie da die Leute, wenn ein Priester das Allerheiligste zu einem Sterbenden bringt, zu sagen pflegen, er trägt den lieben Gott, wie, das Pfefflein trüge Gott, ein flaches Leibchen aus Weizen und Wasser gebacken, das ist's, was er trägt und weiter nichts. Er ist der Glaube, das ist die Liebe zu Gott, macht solchen Leib zum Leib Gottes und zur geistigen Glaubensspeise. Denn die Liebe nährt sich von Liebe, wie der Leib vom Leib. Sollte aber jemand auch sagen, wer solches lehrt, der ist von der Kirche abgefallen, dem sollt ihr antworten, nicht wir sind von der Kirche abgefallen, sondern die Kirche ist von den Freunden Gottes abgefallen, die immer da waren. Wie ja, der Herr selber sagt, ich nenne euch Freunde und nicht Knechte und gleicherweise der Apostel Jakob von Abraham, er war ein Freund Gottes, schreibt, und ist in die Knechtschaft des Heidentums mit seinen Opferbräuchen und Zaubermitteln zurückgesunken. Sagen wir nun, Gott ist in der Liebe, so sprechen wir richtig und gut, aber noch richtiger und besser sagt es der Jünger, von dem es heißt, dass ihm der Herr in besonderer Liebe zugetan war, wenn er schreibt, Gott ist die Liebe, und das sollt ihr ganz schlicht und im eigentlichsten Sinne verstehen, nicht als ob er ein von euch verschiedenes Wesen wäre, das diese Eigenschaft besäße, etwa wie ich ein von euch verschiedenes Wesen bin, das euch gegenübersteht und die Eigenschaft hat, euch zu Herzen reden zu können. Fragt ihr mich freilich aus über das Wesen der Überwesenden über Gottheit, dann schweige ich, und dies Schweigen sei euch eine berete Antwort, denn ihr Name ist namenlos und ihr Wort, ihr ewiges Wort, ist Schweigen. Aber fragt ihr mich nach dem Wesen und Namen des wirkenden Gottes, so nenne ich ihn mit dem Apostel der Liebe eben Liebe und kenne keinen anderen Namen und brauche auch einen solchen nicht zu kennen. Deshalb auch, ihr lieben Freunde, wenn ihr in euch die Liebe erglühen fühlt, dann braucht ihr keinen Beweis für das Dasein Gottes, weder den von Anselm von Canterbury noch von einem anderen Doktor der Gottesgeladheit und werdet euch so wenig darum kümmern, wie einer, der aus einem gesunden Beinen läuft, sich nach einem Stelzbein umsieht. Gott ist die Liebe, sei es nur Liebe zum Freund oder zu Frau und Rind oder zu Kaiser und Reich. Wofern es nur lautere Liebe ist, die nicht sich selber sucht, solche Liebe ist Gott. Auch wenn du zu deinem treuen Hunde Liebe hegst, ja noch mehr, die Liebe, die der Hund dir mit rührenden Blicke entgegenbringt, die ist Gott und ist hoch über alles Erkennen, der Gottesgeladen erhaben. Darüber hat uns ein heidnischer Meister mit Namen Homerus ein überaus tiefes und schönes Gleichnis gegeben. Er erzählt uns nämlich, wie der König Ulysses vom Kriegszuge gegen die Stadt Troja nach langen Erfahrten die Heimat erreichte. Er war von Wind und Wetter mitgenommen und in Bettlerlumpen elend gekleidet, so dass ihn niemand, auch seine Frau, nicht erkannte. Da war aber sein Hund Argus, den hatte Ulysses einst selber gezogen und zu allen Künsten abgerichtet. Nun war der Hund alt und von allen vernachlässigt lag er auf einem Abfallhaufen elend da und als der König wie ein Bettler anzusehen vorbeiging und wir wissen alle, dass ein Hund fremden Bettlern wenig hold ist, da winzelt der Hund Argus und kroch heran und erhob den Kopf, um seine Hand zu belecken. Nun bedenkt, wie viel klüger die Dienerschaft und die Frau waren, als das arme, unvernünftige Vieh, bei diesem jedoch war die treue Liebe größer und deshalb erkannte es seinen Herrn, den die anderen nicht erkannten, woraus zu erlernen ist, dass die Liebe das erste und recht eigentlich göttliche ist, das Erkennen aber, auch das höchste Gottes Erkennen, nur das zweite und kreatürliche ist. Ist nun Gott die Liebe und ist Liebe unser eigener Wesensgrund, so sind wir, sobald wir dies recht erkennen, unserem tiefsten Wesen nach eins mit Gott, wie denn auch die heilige K. 3 nach erlangter Erleuchtung Meister Eckehardt mit dem freudigen Ausruf begrüßte, Freut euch Meister, ich bin Gott geworden. Dass aber Liebe wirklich unser Wesensgrund ist, das zeigt sich darin, dass wir in Liebe erzeugt sind, wären wir nun aus lauter Liebe erzeugt, die nicht sich selber noch ihre Befriedigung und Lust sucht, so wie unser Herr Jesus Christus, der von einer Jungfrau geboren ward und im Gleichnis eines Menschen befunden wurde, dann wären wir nicht fleischliche Wesen in den Banden des Fleisches, sondern reine Geister, wie Gott selber, die Liebe ist, ein Geist ist. Wir wären lauter Leben statt Leben und Tod, lauter Liebe statt Liebe und Hass, lauter Gott statt Gott und Teufel zugleich. So aber ist zwar unser Wesensgrund Gott selber, da herum hat sich jedoch der Schlangenknäuel des alten Satan geschlungen, und über dem Fünkchen der Liebe ist die Finsternis des Hasses gelagert, was Wunder dann, wenn dieser Hass sich auch sichtbar von außen wieder uns erhebt und uns bedrängt, wie er sich jetzt anschickt, es zu tun. Aber, das sollt ihr wissen, dass der Hass von draußen nur dem Hass in uns etwas anhaben kann und nur das zerstört, was unser wahres Wesen verdeckt, und wenn uns dieser Hass bis zum Scheiterhaufen verfolgt, so kann doch solch feindliches Feuer nur unseren fleischlichen Teil verzehren, von dem ich sagte, dass er ein Verräter ist, der auf der Seite des Feindes, der uns verfolgenden Welt, steht und uns ein wahres Fegefeuer zu unserer Läuterung werden soll, damit die Schlacken verzehrt werden und das reine Goldkorn unseres Wesenskerns befreit werde. Denn wenn es uns, solange wir in dieser Welt sind, nicht möglich ist, einen Tag, ja auch nur eine Stunde lang gänzlich und ungeteilt Liebe zu sein, so haben wir die Verheißung, dass wenn wir völlig aus der Welt scheiden, unser Wesensgrund der Liebe ist, mit Gott dem ewigen Leben eins wird und bleibt. Denn wenn schon jener alte heidnische Meister, der doch allein durch das Licht der natürlichen Vernunft geleitet wurde, einen solchen seligen Endzustand voraussah, in welchem die Liebe durch ihre Allmacht den Hass gänzlich vertrieben und ihre Weltausspannung aufgelöst hatte, um selbst alles in allem zu sein, wie viel zuversichtlicher dürfen denn wir, denen durch Gottes Sohn die Offenbarung zuteil wurde, jener Seligkeit entgegenharren. Dass diese Vergottung mit uns allen vorgehen möge, nicht nach unseren eigenen kurzsichtigen Wünschen, sondern nach göttlichem Ratschluss, wie es uns am besten frommt, das walte der Gott, dessen Walten ist Allmacht der Liebe in Ewigkeit, Amen. Ende von Teil 21 Teil 22 von Die Gottesfreundin Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Gottesfreundin von Karl Kjellerup Viertes Buch Fünftes Kapitel Nur das Spankörbchen Wo ist Mutter Ursula? fragt der Gottesfreund, als die Tür sich hinter den Weggehenden geschlossen hat und nur Renata, Gertrud und Konrad bei ihm zurückbleiben. Hoffentlich doch nicht krank. Nein, antwortet Renata, sie ist so rüstig wie immer, sie pflegt den Bischof. Da tut sie recht, Samariter-Dienst zu verrichten ist besser als der besten Predigt von dem barmherzigen Samariter zu lauschen. Ursula war aber sehr betrübt, euch heute nicht hören zu können, sagt Gertrud, und ich musste versprechen, gleich nach der Predigt zu ihr zu kommen und ihr davon zu berichten. Das ist nun freilich nicht so leicht getan, aber eine Stelle weiß ich, die werde ich gewiss wortgetreu wiedergeben, und sie wird meiner guten Ursula ganz besonders gefallen. Welche Stelle mag das wohl sein, da bin ich in der Tat neugierig. Das ist die von dem Hunde des griechischen Königs. Konrad lacht schmunzelnd. Das trifft zu, Mutter Ursula liebt ihren Pass auf zärtlich. Und noch vor ein paar Tagen, fügt Gertrud hinzu, sagte sie mir, Gott verzeih's mir, aber manchmal wünsche ich, ich könnte Gott so treu lieben wie Pass auf mich. Freilich hat er mich auch immer vor Augen, und das ist eine große Hilfe. Ei, da hat die gute Ursula gar nichts Ungescheites gesagt. Freilich sind wir den Tieren gegenüber gleichsam die Götter, und der Hund kann seinen Gott sehen. Das ist ein Vorteil, aber auch ein Nachteil, denn sein Gott ist danach. So wollen wir denn froh sein, einen Gott zu haben, den wir nicht sehen können, weil er ein Geist ist. Und wir wollen es deshalb auch nicht mit jenen halten, die sich vorzüglich deshalb an unseren Herrn Jesum klammern, weil er einmal sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Als ob wir durchaus etwas sehen müssten, anstatt uns an dem Worte zu erbauen, das von Anfang an bei Gott war und zu unserem göttlichen Teile spricht. Und so merkt euch das, ihr Lieben, je deutlicher jemand seinen Gott schaut, vom getreuen Hund an bis zur gelehrten Theologia, die ihn mit dem Auge des Denkens schaut, je deutlicher und fassbarer, umso mehr ist sein Gott danach. Aber, mannte er sich an Gertrud, vielleicht rechnest du auch dies zu den gar zu tiefen Reden, die du nicht verstehen kannst. Gertrud sieht Renata vorwurfsvoll an. Ja, ich habe schon dem Meister von unserem Gespräch in der Stadtstube erzählt und dass du viele Fragen auf dem Herzen hast. Der Gottesfreund nickt dem Mädchen freundlich zu. Schüttle mir sie nur alle aus, aber gar zu nahe sollst du dir es nicht gehen lassen, wenn dies und jenes dir zu tief erscheint. Meister Eckehardt beschloss des Öfteren seine Predigt mit dem Wort, dass ihr dies versteht, ist nicht vonnöten. Ich sage auch manches, was den meisten Zuhörern, ja vielleicht allen nicht fassbar ist, möglich, dass doch einer da ist, der es versteht, den anderen gibt es zu denken oder doch zu ahnen. Es ist aber besser, dass etwas wahr ist und wird gesagt und bleibt unverstanden, als dass nur das wenige Wahre, das leicht verständlich ist, gesagt werden sollte. Sage du aber nur der guten Ursula, was du verstanden hast. Sie wird auch so nicht zu kurz kommen. Ich denke auch, meint Konrad treuherzig, denn freilich, dass so ein gelehrtes Ritterfräulein, das sogar Lateinisch versteht, es sich vornimmt, über eine Predigt zu berichten, das lässt sich wohl noch hören. Dass aber so ein ledernes Stück Hausmeiertum wie ich sich auch zu etwas Ähnlichem verleiten lässt, denn wie meinem gnädigen Fräulein bei der Mutter Ursula, so geht es mir mit Kunz. Was soll man dazu sagen? Zum Beispiel, antwortet der Gottesfreund, ihnen aufmunternd auf die Schulter klopfend, manches Stück Leder, das da wähnte, ein Stiefel werden zu sollen, ist zum Einband einer Postille gestreckt worden. Aber Konrad schüttelt missmutig den Kopf. Ich weiß nicht, Meister, aber sicher ist es, dass sich Kunz versprach, wenn nicht gerade den Inhalt der Predigt, so doch ein paar gute Kernworte hinauf nach seinem Guckloch im Bergfried zu bringen, wo er gerade seine Morgenwache angetreten hat. Er wollte sie keinem anderen anvertrauen, bei der Wichtigkeit des Amtes gerade jetzt, wo Burg Langenstein den geächteten großen Gottesfreund beherbergt, denn kein anderer besitzt sein altes Luchsauge, das alles sieht, was auf irgendeinem Pfade kriecht und schleicht. Es wäre freilich auch nicht leicht gewesen, einen Stellvertreter für ihn aufzutreiben, der gutwillig seine Morgenwache übernommen hätte, denn es dürfte wohl niemand hier auf Burg Langenstein sein, der nicht lieber sein Mittagsbrot entbehren wollte, als diese Predigt. Der Gottesfreund lacht wohl gefällig. Ihr haltet es hier wahrlich anders als in meinem Heimatort, als ich noch jung war, da war ein recht trockener Prediger, das Kirchlein durfte jedoch nicht leer sein, wenn er auf der Kanzel stand, und jedes Gehöft schickte jemand hin, wenn es auch nur der jüngste Bub war. Da war es so eine Redensart bei uns, irgendeiner muss halt die schlimmste Arbeit verrichten, sagte der Bub, er ging in die Kirche. Sie lachen alle über dies Geschichtchen, das der Meister mit Gutlaunigkeit in seiner urwüchsigen heimatlichen Mundart erzählt, die ihm so natürlich kommt aus der Erinnerung der Kindheit und der ersten Jugend, welche er vor allen Lebensstürmen in einem ruhigen Landstädtchen verlebt hat. Gewiß, sagt Renate, wir halten es hier anders. Das macht, fügt Konrad hinzu, ihr lehret nicht wie die Schriftgelehrten, sondern wie einer, der Macht und Befugnis hat. Fast erschrickt er selber über diese dreiste Anwendung eines Schriftwortes. Er erwartet eine Rüge. Sie erfolgt auch, aber aus einer unerwarteten Himmelsrichtung. Ein schneller, scharfer Blick der tiefen dunklen Augen trifft ihn. Wenn ich Macht und Befugnis hätte, würde ich dir verbieten, den Gast deiner Herrin, seine Hochwürden, so feindlich anzusehen, wie du es heute früh tatest. Renatas Augen blickten den Hausmeier vorwurfsvoll an. Gertrud lächelt ihm freundlich zu. Der letzte Blick wird vom Meister im Fluge aufgefangen. Und dir, wendet er sich an das Fräulein, solche unchristliche Gesinnung durch einen solchen Blick zu ermuntern. Schwarze Frauenaugen können Schaden genug anstiften, ohne sich an den Dienst des Hasses zu begeben. Gertrud schlägt die Augen nieder und errötet wie ein Schulmädchen, das hinter dem Rücken des Lehrers bei einem bösen Streich ertappt wird. Auch Konrad lässt den Kopf hängen. Ich kann halt nimmer vergessen, wie ich damals auf dem grünen Wörth meinen lieben jungen Herrn in den Armen hielt. Da haben wir dieselbe Sache, von der ich sprach. Ja, wenn damals der Teufel Hass in der Degenspitze Junker Ottmers von Winterstetten gesessen hätte, dann mochtest du eine Entschuldigung haben. Aber der Hass saß in der Degenspitze deines Herrn. Der Hass war nur Liebe, fährt Gertrud dazwischen, den Meister mit einem freimütigen Blick ansehend, in dem ihre Wangen sich mit einer Röte ganz anderer Art färbt. Verkleidete Liebe, ihr wisst, es war die Zeit des Mummenschanzes. Und treue Liebe war es, die ihn dazu tränkte, mit der Waffe in der Hand seine Herrin zu verteidigen, fügt Konrad hinzu, der sich wieder aufgerichtet fühlt. Ei, ei, ruft der Gottesfreund lächelnd, ihr treibt mich ja hart in die Enge, noch dazu mit meinen eigenen Worten, aber so ganz reine Liebe war es nun doch wohl auch nicht, da Teufelchen Eifersucht sich ihr zugesellt hat. Doch ich will deinen Bruder nicht belasten, er hat härter gebüßt, als er es verdiente. Schwesterlicher Liebe muss man etwas zugute halten, deiner Treue auch, Konrad, aber freilich bist du zu alt, um so lange unvernünftigen Groll zu hegen, und unvernünftig ist er. Und der Preis, den er auf euer Haupt gesetzt hat? Nun, ich denke, wenn ich ihm deshalb nicht Grolle brauchst du es auch nicht zu tun. Ihr müsst das besser verstehen, Herr, und ich werde mich noch für gnädig davongekommen erachten, wenn es bei seiner Hochwürden bleibt und ich nicht außerdem noch den Famulus lieben muss. Diesmal ist der Blick, den die schwarzen Frauenaugen dem Hausmeier zuschicken, weder aufmunternd noch freundlich. Er wird ebenso schnell wie sein Vorgänger vom Ach ja, ich entsinne mich jetzt, ihn in Lengefeld im Krug zur grünen tanne gesehen zu haben. Der junge Mann sah aus, als ob er nicht auf den Kopf gefallen sei. Ich wünschte, er wäre es, und aus beträchtlicher Höhe. Der fromme Wunsch ist zwar eigentlich nur dem Barte anvertraut, jedoch für alle ziemlich vernehmbar. Gertrud erplaßt und muß an sich halten, um nicht einen Schrei auszustoßen, der nunmehr sich nur als ein Schnappen nach Luft äußert. Kopfschüttelnd wendet sich der Meister an Renata. Genießt der junge Mann ebenso wenig Gunst bei den Frauen wie bei dem rauen Vertreter der Schwertseite? Ich will nicht so weit gehen wie Konrad, antwortet Renata, die der bissige, nur halb verbissene Ausbruch des getreuen Dieners auch unheimlich berührt hat. Aber lieb wäre es mir, wenn ich ihn nie mehr zu Gesicht bekäme. Und das Fräulein, hat er auch dort keine Gnade gefunden? War Gertrud vorher blass geworden, so errötet sie jetzt glühend unter dem fragenden Blicke, der bei allem Wohlwollen immer etwas Durchbohrendes, Herz- und Nierenprüfendes an sich hat. Sie antwortet nicht, sondern wendet sich mit vorwurfsvollem Unmut an ihre Hausgenossen. Ich weiß wahrlich nicht, was ihr beiden gegen den armen jungen Mann habt. Er war immer so freundlich zu mir. Wie hübsch half er mir Erdbeeren pflücken, mehr als eine Stunde lang, in der glühenden Hitze auf der Berglehne, und er trug mir den Korb nach Hause, obwohl ich es anfangs nicht zulassen wollte. Nun dann allerdings, es wird wohl ein richtiger Tragkorb gewesen sein. Gertrud hat es sonst gern, wenn der Meister scherzt, oder sie gar ein wenig neckt, und geht immer herzhaft darauf ein. Sie fühlt sich ihm dabei so viel menschlich näher, aber diesmal antwortet sie ganz kleinlaut, nein, es war nur das Spankörbchen, aber es war übervoll und gar nicht leicht. Und da sie die Tränen schon in der Kehle fühlt, murmelt sie schnell etwas von Mutter Ursula, die sie gewiss ungeduldig erwarte, und eilt zur Tür hinaus, die der schon etwas reuige Hausmeier schleunigst öffnet. Sie bekommt noch einen Gruß an Ursula mit auf den Weg. Der Meister habe ihr treues Gesicht in der ersten Reihe recht sehr vermisst. Ende von Teil 22 Gelesen von Hokus Pokus Teil 23 von Die Gottesfreundin Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Martin Harbecke Die Gottesfreundin von Karl Gjellerup Viertes Buch Sechstes Kapitel Zugrunde gelassen Nur das Spankörbchen sagte der Gottesfreund als die Tür sich hinter beiden geschlossen hat denn Konrad ist zum Wächter geeilt wie Gertrud zu Mutter Ursula Nur das Spankörbchen und ihm einen schwerer zu tragenden Korb zu geben würde das gute Kind wohl auch nicht übers Herz bringen oder was meinst du Ich gestehe antwortete Renata dass ich etwas beunruhigt bin durch den Eindruck den der Famulus auf das unerfahrene Herz meiner Schwägerin gemacht hat und der mir nicht lange verborgen blieb doch hat mich der Gedanke getröstet dass Gertrud zwar ein Ritter Fräulein ist aber ein armes so dass es nicht wahrscheinlich ist dass er auf eine solche Eroberung ausgehe denn er ist in meinen Augen ganz der Mann der mehr darauf bedacht ist eine schöne Burg oder wenigstens ein schönes ländliches oder städtisches Anwesen zu erringen als ein hübsches Mädchen in diesem Umstand mag Grund zur Beruhigung liegen indessen wer weiß welche Zukunftsberechnungen er anstellen mag in dem Kopf auf den er entschieden nicht gefallen ist und trotz des unchristlichen Wunsches unseres biederen Konrad wohl auch schwerlich fallen wird wir wollen ihn aber daraufhin gemeinsam beobachten zum Glück ist das nicht möglich wieso ist er nicht hier Bischof Ottmar hat ihn fortgeschickt wie weit ursprünglich allerdings nur nach Telheim und zwar in eurer Angelegenheit sie haben dort einen alten Volkssänger festgenommen bei dem man ein Heft mit Bruchstücken von Ecke Hartz Predigten fand der Gottesfreund lacht leise so auf der Bischof wohl schon den Vogel im Käfig zu haben Renata schüttelt den Kopf ich weiß nicht so recht ob er dann noch wünschte ihn zu fangen es war vorgestern oder ja doch heute haben wir Freitag und es war am Mittwoch als er den Famulus wegschickte ich glaube er benutzte den Tellheimer Vorfall nur als einen Vorwand um den jungen Mann von hier zu entfernen meinst meinst du mir scheint es muss für ihn unbequem sein den Famulus mehrere Tage zu entbehren das schon aber Renatas Stimme wird unsicher und ihr Blick meidet den seinen aber ich vermute dass Bischof Ottmar ebenso wie ich bemerkt hat dass zwischen Gertrud und seinem Famulus eine beginnende Neigung ihre Fäden spinnt er stand an meiner Seite auf dem Söller am Tage vorher als dieser Vincentius wie der Famulus heißt aus der Stadt zurückkehrte wohin ihn der Bischof geschickt hatte er kam mit Gertrud zusammen die er im Walde getroffen hatte und hier muss sie ein wenig lächeln er trug das Spankörbchen mit den Erdbeeren die Gertrud für das Nachtmal seiner Hochwürden gepflückt hatte ich sah sehr wohl dass ihm dies nicht recht gefiel und deshalb denke ich mir hat er diese Sache nicht weiter gehen soll wäre das nicht möglich fragt sie etwas schüchtern und ohne aufzublicken denn sie fühlt dass sie rot geworden ist warum nicht antwortet der Gottesfreund dem die Verwirrung in die sie sich hineingeredet hat nicht entgeht er kann sich einen näher liegenden Grund denken warum der Bischof seinen Famulus während dieses Besuch gern von der Burg entfernt hält aber wenn die Reise nur Telheim gilt dann dürfte es wohl nicht lange dauern bevor du ihn wieder zu Gesichte bekommst sie geht aber weiter denn er muss von dort nach Regensburg und dort wird er mehrere Tage festgehalten werden er soll als Stellvertreter seines Herrn bei der Beisetzung im Mittelmünster anwesend sein Ja Ja habt vielleicht nicht gehört dass dort die Äbtissin heimgegangen ist Doch ich hörte es gestern und ich habe dabei an dich gedacht Ich weiß ja wie viel sie dir einst gewesen ist Es wird dir recht ans Herz gegangen sein Renata hat an der Ecke einer Bank Platz genommen Er steht neben ihr und legt seine Hand milde auf ihren gesenkten Kopf Ja sie war sehr sehr gut zu mir damals in Regensburg spricht sie leise nicht ohne eine Stimme des inneren Vorwurfs zu vernehmen Sie hat der dahingeschiedenen mütterlichen Freundin in diesen bewegten Tagen nicht so innig gedacht wie sie es unter gewöhnlichen Umständen wohl getan hätte Schwester Mechtildes gehörte zwar nicht zu den unseren wie Schwester Maria und Schwester Bertha aber ihre Denk- und Gefühlsweise war doch von der der Gottesfreunde nicht sehr verschieden wie ich eben durch jene beiden zu meiner Freude erfahren habe das war für jene ein nicht geringes Glück Nun bin ich begierig zu wissen wer wohl ihre Nachfolgerin werden wird nicht nur um jener beiden willen aber das Mittelmünster ist eins der wichtigsten Stifte und die reine Lehre hat dort schon Fuß gefasst es ist von Wichtigkeit und man macht einen großen Unterschied ob es im Geiste der Verstorbenen weitergeleitet wird oder aber ob dort auf dem Äbtissin Stuhle ein engherziges und beschränktes Frauenwesen sitzt das in der Knechtes Furcht des Judengottes erzogen ist und nie den Freiheitshauch christusförmiger Religiosität gespürt hat wie das bei einer Neubesetzung zu einer Zeit wie dieser wo papistisches Zelotentum allenthalben sein Haupt erhebt nur gar zu leicht geschehen kann aber seine Hochwürden hat wohl noch nichts zu dir über seine Pläne rücksichtlich der Besetzung verlauten lassen Renata blickt auf und sieht ihn mit einem seltsamen etwas verlegenen und dabei doch fast versteckt schalkhaften Lächeln an ja doch Meister zwar kann ich euch nicht sagen wer die Nachfolgerin der Schwester Mechthildis werden wird aber ich bin wenigstens der einzige Mensch der da weiß wen seine Hochwürden für diese Stellung im Sinne hat der Gottesfreund stutzt ihr Lächeln scheint fast nur so gedeutet werden zu können als ob gerade eine der beiden Gottesfreundinnen des Stiftes zur Leiterin ausersehen wäre was ihm doch andererseits nicht recht glaubhaft erscheint denn sie sind beide ziemlich bescheidener Kirchenfürsten sich bei der Besetzung solcher Ämter hauptsächlich durch aristokratische Gesichtspunkte leiten lassen es sei denn dass ein besonderer Ruf der Frömmigkeit oder Gelehrtheit eine Ausnahme zu machen empfiehlt was aber hier wohl kaum der Fall ist denn diese beiden Freundinnen gehören nicht zu den Geistern die nach außen glänzen nun und wen hätte er denn im Sinnes keine andere als mich Meister die Antwort ist so überraschend dass der große Gottesfreund in völliger Befremdung einen Schritt zurück tritt es war nicht Renatas Absicht als sie von Vincentius Sendung nach Regensburg zur Beisetzung der Äbtissin zu sprechen anfing schon jetzt den Meister mit dieser ganzen Mittelmünster Frage bekannt zu machen sie hatte im ersten Augenblicke gar nicht daran gedacht dass diese Frage die geradeswegs in die Geheimkammer ihres Verhältnisses zu Ottmar hineinführt unmittelbar mit dem Ableben der Schwester Mechthildis zusammenhänge aber seine gerade ebenso nichts ahnende wie unerwartete Frage lässt ihr keine Wahl übrig und sie erzählt ausführlich von Ottmas Plan dessen Beweggrund in dieser Darstellung freilich ausschließlich der wird sie durch eine solche Stellung gegen den Verdacht der Ketzerei zu schützen dass eine Hauptrücksicht dabei der lebhafte Wunsch ist sie beständig in seiner unmittelbaren Nähe zu haben ja sogar in amtlichen Verkehr mit ihr zu treten dies zu verschweigen fühlt sie sich nicht nur berechtigt sondern sogar dazu verbunden übrigens ist ihr Jugendverhältnis zu Ottmar dem Meister wohl bekannt und er wird sich wohl seine eigenen Gedanken über diesen seltsamen Vorschlag seiner Hochwürden zur Besetzung des Äbtiss im Stuhles machen er tut das während er die Hände auf dem Rücken mit langen Schritten den Raum der Länge nach durchschreitet den Blick unter der gesenkten Stirn aufwärts ins Unbestimmte gerichtet die Sonne ist höher gestiegen bei jeder Wanderung durchschneidet er die beiden schrägen Strahlen ihres Lichtblickes und jedes Mal versetzt er Milchstraßen von Staubsternchen in ein wildes Chaos wirbeln das nicht zur Ruhe kommen kann so war Ottmar über die Lichtbrücke auf dem blanken Fußboden des Saales hin und her gegangen während er ihr berät ein Bild ausmalte von jenem Regensburger zusammenleben dem sie jetzt in ihrer Darstellung so sorgfältig aus dem Wege geht und Renata fühlt mit plötzlicher Deutlichkeit wie sonderbar sie mitten zwischen diese beiden Männer gestellt worden ist noch vor wenigen Tagen war der eine nur eine wehmütige Jugenderinnerung gewesen selbst war er vor langen Jahren gänzlich aus dem Kreise ihres Daseins hinausgetreten in dessen Mittelpunkt fest und unverrückbar der andere stand und nichts hätte ihren Gedanken ferner gelegen als die Vorstellung Furcht oder Hoffnung dass er wieder in ihrem Leben auftauchen würde und jetzt ist er da schon eine Selbstverständlichkeit der Kreis ist eine Ellipse geworden mit diesen beiden Männern als Brennpunkten Zwei sehr verschiedene Männer schon äußerlich so verschieden Dort die hagere Gestalt mit dem energischen Profilgesicht der gebogenen Nase der bronze harten Wange dem scharfen Kinn den geschnitzten Lippen dem feurigen Blick des so klaren blauen Auges Hier der stämmige zur Fülle neigende Mann dessen rundliches Antlitz von vorn gesehen am ausdrucksvollsten wirkt mit seiner breiten steinartigen Stirn von der zu beiden Seiten das dunkle Haar bis auf den Kragen herabfällt dem weich modellierten Munde dem Kinne mit dem Grübchen vor allem aber dem seltsam tiefen Blicke der fast schwarzen Augen Dieser Blick ist jetzt nicht mehr mit jener ihm eigenen Richtung nach oben ins leere Gewand sondern er ruht väterlich besorgt auf ihr denn auch seine Wanderung ist ein paar Schritte von ihr wieder zum Stillstand gekommen er hat alles gehört nicht nur was sie mit Worten sagte sehr klar sieht er dass der Hauptbeweggrund des Bischofs der ist die Jugend geliebte zu der es ihn jetzt unwiderstehlich zieht den Ketzerfreund seines Traumes in seiner unmittelbaren Nähe zu haben er begreift gar wohl dass es sich hier für Renata um die Wahl zwischen Ottmar von Winterstetten und ihm selber handelt wenn sie als Äbtissin im Mittelmünster sitzt wo bleibt dann der erquickende Verkehr des geistlichen Vaters mit seiner geistlichen Tochter wenn auch die Besuche durch Jahre getrennt waren so gestaltete sich dafür während derselben das Zusammensein umso traulicher der Gedankenaustausch umso reger auch hat er die Hoffnung gehegt in Zukunft das neu einzurichtende Stift Langenstein das Haus ihres gemeinsamen Sinnens diese Hochburg der Freunde Gottes in Franken alljährlich auf längere Zeit besuchen zu können was ihm selbst der bisherige sparsame persönliche Verkehr mit Renata gewesen ist frische schattige Oasen zu denen er hinblicken auf die er zurücksehen konnte hat er wohl gefühlt aber ganz bewusst wird es ihm erst in diesem Augenblicke da die Fortsetzung eines solchen Verkehrs in Frage gestellt wird Aber freilich seitdem er seine Berge verlassen um sich auf diese Wanderung zu begeben hat sich so manches verändert Seine eigene Achtung ist erfolgt Die Nachricht von der päpstlichen Sendung zweier Inquisitoren nach Deutschland hat sich bestätigt Viele sich gegenseitig stützende Gerüchte von bevorstehenden Gewaltmaßregeln verbreiteten sich Einige Anzeichen des Anfangs sind sichtbar Wozu auch die ihm jetzt erst bekannt gewordene Anschuldigung der Ketzerei gegen Renata bei dem Regensburger Bischofsstuhle gehört All dies lässt nur zu deutlich erkennen dass eine Zeit der Unterdrückung und der scharfen Verfolgung der Freunde Gottes jeder Richtung bevorsteht Da ist denn freilich die Sorge um die Sicherheit seiner Tochter Renata ungleich wichtiger als die Frage wie ihr gegenseitiger Verkehr sich gestalten solle Durch die Ungunst der Zeiten würde er vielleicht sowieso auf Jahre hinaus unterbunden sein Und darin hat ja der Bischof geschützt sein kann als wenn er sie zur Äbtissin des Mittelmünster Stiftes macht Und ferner hat er nicht soeben selber gesagt dass es von der größten Wichtigkeit für die Sache der Gottesfreunde in ganz Süddeutschland sei in welchem Geiste dies große vornehme Stift geleitet wird Hat er nicht eifrig gefragt ob sie nicht wisse wer für dieses Amt in Aussicht genommen sei Nun welche Antwort könnte ihm dann willkommener sein als diese dass seine eigene Tochter die Erwählte ist vorausgesetzt allerdings dass sie ohne Skrupel diese Stellung übernehmen kann ohne Einbuße ihrer Gewissensreinheit und ihrer Seelenruhe denn auf deren Kosten darf weder ihre Lebenssicherheit noch die Förderung des religiösen Gemeinwesens erkauft werden Nun was hast du denn auf diesen Vorschlag geantwortet Renata Seine weiche tiefe Stimme tönt an ihr Ohr wie eine Glocke die zu innerer Sammlung und Entscheidung ruft aber die Frage selbst macht sie Stutzen Keinen Augenblick hat sie es ernstlich in Erwägung gezogen Äbtissin im Mittelmünster zu werden aber jetzt wo sie daran denkt fällt es ihr auf dass sie doch nicht abgelehnt habe dazu ist es ja gar nicht gekommen und sie ist froh darüber denn nach den Äußerungen des Meisters muss sie annehmen dass er sie gern an der Spitze dieses Stiftes sehen würde ihr selber freilich war vor allem der Gedanke unerträglich gewesen dass sie dadurch von diesem väterlichen Freunde getrennt würde aber wie kann sie erwarten dass ein ähnliches Gefühl in seiner Brust spricht was kann sie ein schwaches Weib ihm dem Großen sein der nur für das ich habe noch nicht geantwortet Meister Bischof Ottmar wollte keine Antwort haben er meinte es sei eine so wichtige Lebensfrage und sie käme mir so unerwartet und plötzlich dass ich mir Zeit nehmen solle um mich mit diesem Gedanken vertraut zu machen und das Ganze in aller Ruhe zu überlegen ja er ging rasch zur Tür hinaus als er das gesagt hatte gleichsam um zu verhindern dass wenigstens nichts entscheidendes fügt sie etwas zögernd hinzu denn freilich war ja in der Nacht diese Frage wieder zur Sprache gekommen aber gewaltsam unterbrochen worden ihre in so grellem Lichte sich plötzlich offenbarende Kitzerei hatte in ihren Augen zwar die Sache beendet aber wie wenn Ottmar es anders sähe wenn er wohl gar einer der ihrigen würde hatte nicht der Meister am Anfang seiner Predigt eine solche Wendung angedeutet würde das nicht die Sachlage von Grund aus ändern der Meister hat sich auf die Ecke der vor ihr stehenden Bank niedergelassen vielleicht trübt ein Schatten der Enttäuschung seinen Blick möglich dass seine Stimme freudiger und fester geklungen hätte wenn ihm die Gewissheit geworden wäre das Herz seiner Tochter habe sofort einen solchen Vorschlag abgelehnt aber sie ist mild und ruhig wie immer als er antwortet ich kann es gar nicht wohl begreifen Renata dass du die Entscheidung aufschobst bis du dich mit mir über eine so wichtige Frage beraten konntest Renata ergreift seine Hand O Herr seid ihr nicht der Meister dem ich mich an Gottes Stadt zugrunde gelassen wie sollte ich denn nicht vor allem wünschen eine Frage von deren Lösung der Rest meines Lebens abhängt mit euch zu besprechen aber eine so tröstliche Aussicht war mir ja nicht vergönnt konnte ich doch gar nicht hoffen in nächster Zeit mit euch zu sprechen wieso denn nicht Renata hattet ihr es denn schon aufgegeben mich diesmal zu sehen mussten wir das nicht wussten wir doch dass ihr Bischof Ottmar in Lengefeld getroffen hattet und dass es euch wohl bekannt war dass er sich nicht einfallen der Meister weiß welches mein Verhältnis zu Ottmar von Winterstetten ist er muss ich sagen dass mir die schwersten inneren Kämpfe bevorstehen dass sie auch diese neue Form annehmen sollten die Gefahr die eine solche Stellung mit sich führen könnte in seiner unmittelbaren Nähe in stetigem amtlichen Verkehr mit ihm Renata zuckt leise zusammen die Händin die in ihrem Schoße ruhen drücken sich krampfhaft ineinander sie hat ja diese Seite der Sache mit keiner Silbe berührt aber der Meister hat sie sofort gesehen hat sie als selbstverständlich betrachtet der Gottesfreund hat ihre Bewegung bemerkt nach einer unwillkürlichen fast unmerklichen Pause fährt seine Stimme ebenso ruhig und bedachtsam fort dies hat er zwar nicht ahnen können aber er kennt die Hauptsache er weiß was in den Jugendtagen zwischen mir und Ottmar hier und in Regensburg vorgefallen ist er ist ein Kenner des menschlichen Herzens und versteht gar wohl welche Gefühle rege werden müssen welche Flammen aus alter Asche nur zu leicht hervorbrechen können wenn wir beide uns begegnen und nicht von ungefähr denn sicher ist Bischof Ottmar nach Burg Langenstein gereist weil ihn die Sehnsucht trieb all das sicherlich wird er seine Tochter nicht im Stiche lassen dass sie ohne seinen Beistand so schwere Lebenskämpfe durchkämpfen müsse er legt seine Hand auf Renatas Schulter könnte dir kein solcher Gedanke kommen meine Tochter er ist mir wohl gekommen Vater aber ich durfte mich ihm nicht hingeben schon ihn zu hegen erschien mir ein Unrecht ihr habt eine so große Lebensaufgabe vor euch wichtigere Dinge nehmen euch in Anspruch als die Seelennot des Einzelnen selbst der Einzigen die sich eure Tochter nennen darf nicht der erste Gedanke war ein Unrecht der zweite war es wie du siehst ein Unrecht das du meiner Liebe tatest Renata ergreift seine Hand und küsst sie und heißen unaussprechlichen Dank für solche Liebe aber würde ich ihrer wert sein und Gott weiß ich bin es wenig genug aber würde ich ihrer nicht zehnfach unwürdiger sein wenn ich gewünscht hätte dass ihr euch um meinetwillen in Gefahr begebt ja dass ihr meinetwegen sogar den Kopf in die Höhle des Löwen steckt wie der brave Konrad heute früh sagen wollte als ihm die Worte in der Kehle stecken blieben weil er diesen Löwen mit gezähmten Schritten mir auf den Fersen folgen sah nein ich denke nicht dass er mich verschlingt so wenig wie jener Leu den Androklister reißen wollte denn tatsächlich habe ich ihn von einem Dorn befreit der ihm tief ins Fleisch gedrungen war wenigstens will es mich bedünken als ob der schlimmste Stachel ausgezogen wäre ihr sprachet von Bischof Ottmar in eurer Predigt als von einer Dämmer Natur in deren Gemüt sich der Kampf zwischen Finsternis und Licht zum guten Ausgang wende wird er wohl einer der Unsrigen ein Gottes Freund werden ich denke dass er dazu schon stark auf dem Wege und dass der Ohnmachtszustand in dem ich ihn auf dem Kalvarienberg fand eine jener schweren Krisen war die besonders bei starken und feurigen Naturen dem Durchbruch zur inneren Klarheit vorangehen von dem Ausgange dieses Seelenkampfes wird es aber wohl abhängen was du in der Mittelmünster Frage antworten willst und kannst Renata nickt der Gottes Freund erhebt sich augenblicklich heißt es ihn heil durch das körperliche Fieber zu bringen das dem Geistigen gefolgt ist und das der Nachttau herbeiführte dem er sich nach der glühenden Tageshitze so unvorsichtig aussetzte und wenn ihn das Fieber tötet so bin ich seine Mörderin ja ich ich habe ihn in die Nacht hinausgejagt krank wie er war krank am Gemüt vielleicht auch schon am Körper sie hat sich an die Brust des väterlichen Freundes geworfen die die seelische spannung die vielfache Sorge und Angst die bedrängnis von außen und von innen der Kampf mit der Liebe und mit dem geliebten schließlich die schmerzliche Krönung durch den furchtbar schmerzlichen Sieg all dies löst sich jetzt in einem fast krampfhaften Schluchzen aus gestützt von seinem kräftigen Arm den Kopf an seine Schulter lehnend weint sie lange laut schluchzend dann nach und nach stiller werdend durch den Glockenklang seiner Stimme mehr noch als durch seine Worte beruhigt endlich lässt er sie wieder auf die Bank niedergleiten und bittet sie ihm nun zu sagen was sich denn eigentlich zugetragen habe zuerst stammelnd nach Worten suchend und von Seufzern unterbrochen dann nach und nach ruhiger berichtet Renata die Geheimnisse der Nacht von dem Augenblick ab wo Ottmar den Beweis des Verrates in der Hand ihr Gemach betrat um sich mit ihr über die erforderlichen Maßregeln zu beraten bis zu dem Augenblick wo er von ihrem furchtbaren Worte wie vom Bannstrahl getroffen gleich einem Wahnsinnigen zur Tür hinaus stürmte mit manchem leisen Kopfschütteln und unwillkürliche Handbewegung lauscht der Gottesfreund ihrer Erzählung jetzt erst sieht er klar nach allen Seiten und begreift dass die Sachen viel verwickelter und schwieriger liegen als er sich es vorgestellt hatte seufzend erhebt er sich denn auch er hat wieder Platz genommen so bin ich also doch zu spät gekommen und mein tapferes Kind hat ganz allein seine Sache ohne meine Hilfe durchkämpfen müssen bis zum bittern Ende Nun vielleicht ist es besser so eigener Sieg ist doppelter Sieg und wenn ich ihn durch solchen Sieg getötet hätte du hast getan was du nicht unterlassen konntest darum sorge dich nicht sondern lass den Rest der Vorsehung anheim gestellt sein und glaube mir wenn das geschehen sollte was du fürchtest dann wird es für ihn ein seligeres Ende sein als wenn er seinen Willen durchgesetzt hätte so wollen wir auch hier sagen Fußnote Sieg nach dem Ende Fußnote Ende Gewiss würde er den Tod ebenso gern aus deiner Hand nehmen wie Hugo mein mein Gott bin ich denn da um denen die ich liebe den Tod zu geben warum nicht meine Tochter Leben geben ist gemeinhin eine üppige Handlung der Selbstliebe ja das Leben ist recht eigentlich der Sünde sollt dieses Leben nämlich und wenn Sankt Paulus scheinbar umgekehrt sagt der Tod ist der Sünde sollt so kommt das auf dasselbe hinaus denn dieses Leben ist ja eben der Tod unseres wahren göttlichen Selbstes und ist auch schon von den weisen alter Zeit so genannt worden so ist es Herr und doch ist der Gedanke schwer zu ertragen die Geberin solcher Gabe zu sein muss ich es dir nochmals sagen mein Kind nicht auf die Gabe kommt es an Honig oder Galle das gilt gleich die Gesinnung die sie da reicht ist alles Deine Gesinnung war rein euch beide und gewiss nicht zum wenigsten ihn vor Sünde und Befleckung zu bewahren das kann nur zum Guten ausschlagen so oder so also respite finem doch das Ende ist noch nicht da komm wir wollen keinen Augenblick mehr verlieren um uns zu überzeugen wie es dem Freunde hoffen wir unserem Freunde und Gottes gehen mag mit diesen Worten öffnet er die Tür der Boden Kammer und lässt Renata voranschreiten Ende von Teil 23 Aufgenommen von Teil 24 von Die Gottesfreundin Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox .org Aufgenommen von Martin Harbecke Die Gottesfreundin von Karl Jellerup Viertes Buch Siebtes Kapitel Der Weise gibt nach Wie fandet ihr ihn, nachdem er diesen schönen langen Schlaf genossen hat? Es ist spät nachmittags und die beiden befinden sich unten im fünfeckigen Zimmer. Renata sitzt am Tische und richtet die Frage an den eintretenden Gottesfreund, der die Tür berutsam und leise hinter sich schließt. Sie führt in das Gemach Renatas. In diesem ist jetzt Ottmar untergebracht, da keine Rede davon sein konnte, ihn oben in der Turmkammer zu belassen. Die Burg kann keinen Raum bieten, der so bequem für seine Pflege läge, wie das große Zimmer mit dem geräumigen Alkoven, der unmittelbare Verbindung mit der Stadtstube hat, wo der Eichenschrank allerlei Arzneien beherbergt. Zur anderen Seite hat man die fünfeckige Kammer, die durch eine Tür mit dem Gemach verbunden ist, für den Meister eingerichtet, da er wünscht, sich in der Nähe des Kranken aufzuhalten. Der ehemalige Inhaber dieses Raumes, Vincentius, ist hier abwesend und wird vorläufig nicht zurückerwartet. Wie fandet ihr ihn, nachdem er diesen schönen langen Schlaf genossen hat? Der Schlaf hat Wunder gewirkt, er muss eine sehr starke Natur haben. Die hatte er von je und seine Enthaltsamkeit wird auch das ihrige getan haben. Ein so abgehärteter Körper, glaube ich, bietet der Fieberglut keinen überflüssigen und leicht entzündbaren Nahrungsstoff. Der Gottesfreund rückt einen Stuhl für sich zurecht und setzt sich ihr gegenüber an den Tisch. Du hast ganz recht, sein Körper ist ein harter Knochen für den Fieberdrachen, aber seine Seele hat Feuerstoff im Überfluss und macht mir viel zu schaffen. Er hat sich schon wieder aufgeregt wegen einer Sache, bei der es mir nicht klar ist, ob es sich um einen Fieberwahn oder um Wichtigeres handelt. Er ängstigt sich wegen eines Briefes, dessen Abfassung durch die Erlebnisse der Nacht unterbrochen wurde. Es war Er regte sich so sehr darüber auf, dass ich ihm schließlich meine Dienste anbot, damit er mir den Brief in die Feder diktiere. Ich tat es sehr gegen meinen Willen, denn ich fürchtete, dass diese Anstrengung ihm schaden konnte. Mein Versuch, ihm die Sache auszureden, reizte ihn aber dermaßen, dass er fast in Verzweiflung geriet. So wählte ich das kleinere Übel, aber meine Furcht bestätigte sich nur zu sehr. Bald wurden seine Gedanken wirr und seine ohnmächtigen Versuche, sie zu meistern, steigerten seine Körperhitze wieder beträchtlich. Mein Versprechen, die Arbeit morgen wieder aufzunehmen, wenn er sich fein still verhielte und das Fieber nachgelassen habe, beruhigte ihn etwas. Immer wieder rechnete er sich selber vor, dass der Brief noch rechtzeitig ankäme, wenn er nur morgen Nachmittag mit einem gut berittenen Boten nach Regensburg abgänge. Wenigstens verstand ich, was er murmelte so. Und gewiss richtig, der Brief soll eben dort dem Famulus übergeben werden, um durch ihn nach München befördert zu werden. Das mag sein, warum aber unser aller Sicherheit davon abhängen soll, sehe ich nicht ein, da es sich doch nur um die bevorstehende Einweihung der Dominikaner kann ich nur Fieber Wahn erblicken. Wenn aber der Zweck des Schreibens nicht in dem Inhalte läge, sondern lediglich darin, seinen Famulus recht weit von hier zu entfernen, mit einem überraschten Blicke sieht sie der Meister an. Meinst du das, Renata? Dann möchtest du wohl auch imstande sein, mir den Schlüssel zu diesem Rätsel auszuhändigen. Du musst mir genau sagen, heute früh sprachst. Vergiss oder übergehe nicht den geringfügigsten Umstand, denn das Kleinste kann von Wichtigkeit sein. Die fünfeckige Kammer bietet wenig Raum für eine Wanderung, aber während Renata berichtet, durchmisst er den rauen Fußboden in schräger Linie, den Blick beharrlich nach dem Rande der niedrigen Decken Wölbung gerichtet, als Der Gottesfreund bleibt stehen. So war es denn kein Fieberwahn. Und diese angefangene Beratung, die Ausführung der kräftigen Maßregeln, die er sich ausgedacht hatte, Gefangennahme des Wirtes und des Hetzpredigers, daraus ist nichts geworden? Renata schüttelt den Kopf. Schlimm, recht schlimm, die böse Folge der aufbrausenden Leidenschaft. So wirft sie, was der vorbeugende Verstand ausgedacht hat, über den Haufen, schwemmt es weg, als wäre es nicht da gewesen und setzt seinen eigenen Gegenstand wehrlos der Vernichtung aus. Er hat seine Wanderung wieder aufgenommen. Ein paar Mal durchquert er den Raum, bleibt dann mit einem Ruck vor ihr stehen und ruft den Blick von der Decke zurück, um ihn fest auf ihr ruhen zu lassen. Renata, du musst fort von hier. Sie sieht ihn verwundert und beunruhigt an. Du musst nach Regensburg. Sofort? Gleich nach Eintritt der Dunkelheit. Fort. Und allein? Ja, das heißt mit genügender Bedeckung. Konrad und einige der Knechte, sagen wir Kunz, Hermann, Fridolin, Bruno und noch ein paar von den Beherztesten und Handfestesten. Dürfte ich die Sache mit Bischof Ottmar besprechen, so würde er ja seine Reisigen aufsitzen lassen, aber er darf gerade jetzt nicht durch solche Fragen aufgeregt werden. Auch werden ja die Deinigen genügen. Sollten sie schließlich einige Bauern zusammen rotten, um euch den Weg zu verlegen, was sehr unwahrscheinlich ist, so hätte das wenig zu sagen. Konrad und die Seinigen würden ja für dich den Teufel aus der Hölle jagen. Oh, ich habe sie durch meine heutige Predigt zu deinem Schutze gut gewappnet. So sollte ich Ottmar jetzt verlassen? Ein mildes Lächeln huscht über die beweglichen Lippen des Meisters. Es ist das erste Mal, dass Renata den Bischof einfach mit seinem Rufnamen nennt. Das ist das Beste, was du jetzt für seine Genesung tun kannst. Wenn ich ihm morgen sage, dass du in Sicherheit bist, so wird das zu seiner Ruh und zum Schwinden des Fiebers mehr beitragen als irgendeine Arzenei. Meinst du das gewiß? Du wirst freilich wissen oder glaubst zu wissen, dass ich in Sicherheit bin. Er aber weiß dann nur, dass ich nicht hier bin, wo er sieht und hört, was vorgeht. Was kann da der geschäftige Fieberwahn sich nicht alles ausmalen von abenteuerlichen Gefahren, die mich unterwegs umgeben und wie sehr können solche Vorstellungen nicht seinen Zustand verschlimmern? Der Gottesfreund macht eine halb ungeduldige, halb verzweifelnde Bewegung. Ihr Einwand hat Hand und Fuß, aber er sieht sehr wohl, dass ihr dieser nicht von der Furcht vor schädlicher Rückwirkung auf den Fiebernden eingegeben wird, sondern von ihrem Widerstreben sich von dem kranken Geliebten zu trennen. Wenn das auch die erste Wirkung wäre, so dauert es doch nicht lange, bis die Botschaft käme, dass du in Regensburg bei deinem Verwandten gut aufgehoben bist. Renata wagte es nicht, seinem Blicke zu begegnen. In stummem Kampfe mit sich selber ringt sie ihre Hände im Schoße. Vater, ich kann ihn jetzt nicht verlassen. Du kannst nicht? Nun, das entscheidet, aber vielleicht, er sagt die Worte nicht, die ihm auf den Lippen schweben, vielleicht wird dies unser aller Untergang, allein der Klang seiner Stimme beunruhigt sie und sie blickt schnell auf. Vielleicht, was wollt ihr sagen? Nur, dass du vielleicht auch gerade das Richtige triffst und dass es in der Tat so am besten sein wird. Und er meint es auch so. Er glaubt zwar, dass eine solche Reise jetzt ohne sonderliche Gefahr unternommen werden kann, aber könnte er sich nicht irren? Und wenn auch keine Gefahr von Menschen droht, das lauernde Gewitter kann sich unterwegs entladen, unter einem Baume, wo sie Schutz sucht, kann der Blitz sie treffen, und müsste er sich dann nicht sagen, hätte ich sie nur hier in der Burg bleiben lassen. Er ist, obwohl noch ein gutes Stück vom Greisenalter entfernt, doch zu alt und hat zu viel von dem Lauf der Dinge gesehen, um ungestüm auf die Durchführung seines Planes zu dringen. Im Streite mit Menschen heißt es, der Klügere gibt nach. Im Kampfe mit den Schicksalsmächten muss es heißen, der Weise gibt nach. Wo er einen geheimen Widerstand spürt, will er seine Sache nicht um jeden Preis durchsetzen. Er weiß, dass schließlich kein Menschen Auge sieht, was das Beste sein mag. Respice finem, er gibt es auf. Der Gottesfreund tut es mit einem leichten Seufzer. Renata ergreift seine Hand. Und du zürnst mir nicht, Vater? Dir zürnen, die du mit deinem sicheren Gefühl sehr wohl das Richtige getroffen haben kannst, während mein suchender Verstand den Weg verfehlt haben konnte? Ihre Lippen öffnen sich, um eine Frage zu stellen, aber eine Handbewegung heißt sie schweigen. Der Meister lauscht. Mit leisen Schritten geht er zu der Tür, durch die er hereingetreten ist und horcht. Ja, er spricht, er ist erwacht. Er drückt auf den Griff der Tür, rät, um ihn in das Gemach einzulassen. Renata sitzt alleine am Tische, den Kopf in die Hände gestützt. Vom Gemache her vernimmt sie die beiden Männerstimmen, die Glockentiefe, die in ruhigen Sätzen gleichmäßig ertönt und die höhere, unharmonische, die nur kurze Fragen oder Ausrufe dazwischen wirft. Diese gedämpften Laute umweben sie mehr und mehr mit einem wohligen tiefen Geborgenseins, einer inneren und äußeren Ruhe, die durch das Bewusstsein erhöht wird, einer großen Gefahr entronnen zu sein, hinaus zu gehen in die öde Fremde, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Sicherheit! Wo wäre die für sie zu finden, wenn nicht hier, zwischen den beiden Männern, die sich in ihr Seelenleben geteilt haben? Wie lebhaft empfindet sie jetzt, dass sie in ihrer Gesellschaft nichts fürchten kann? Und ginge es zum Scheiterhaufen. Sie fühlt es. An ihrer Seite würde sie ihm ohne Zagen entgegenschreiten, während sie, von ihnen getrennt, entfernt von dieser trauten Burg, in deren Mauern ihr ganzes Leben beschlossen ist, selbst in größtem Schutze sich eingeschüchtert wie ein verlassenes Kind fühlen würde. Man ist doch ein recht schwaches, mutloses Weib, seufzt sie und vermag dabei nicht einmal zu wünschen, dass es mit ihr anders stünde. Eine geraume Weile hat sie so da gesessen. Das Licht, das in das Zimmer dringt, gemahnt an die stark vorgeschrittene Nachmittagsstunde. Da kommt ihr der Gedanke, in die Stadtstube zu gehen, ob vielleicht unten an der Brücke etwas zu bemerken sei, was eine ungewöhnliche Bewegung in der Stadt verriete. Der Turmwächter hat freilich nichts verlauten lassen, aber es ist gut, sich einmal auf seine eigenen Augen zu verlassen und nirgends hat man einen besseren Blick auf den Platz unter den Kastanien vor dem goldenen Stierkopf als von der Stadtstube aus. Hier trifft sie Gertrud an. Das Fräulein steht am offenen Fenster in der wilden Hoffnung, dass ihr viel geschmähter Ritter gerade jetzt gegen Abend zurückkehren und über die Brücke reiten möchte. Angeblich freilich befindet sie sich hier, weil sie aus dem Schranke etwas Leinen zum kühlenden Umschlag für den Bischof haben will und hat das Fenster geöffnet in der angeblichen Absicht etwas Luft zu schöpfen. Was mag wohl die beiden Bauers Leute dort unten so sehr erregen? Sie Renata ein dritter Tritt hinzu. Das scheint ein Bauer zu sein. Sie zeigen ihm etwas wie er sich bekreuzt. Es scheint dass sie oben am Kalvarienberg etwas Auffallendes entdecken. Das tun sie auch antwortete Renata die jetzt neben ihr steht. Sie sehen dass das Kruzifix fehlt. Das Kruzifix Ja das hast du wohl noch nicht gehört. Gertrud schüttelt den Kopf und blickt sie sprachlos an. Ist sie schon eine Gottes Freundin so hat sie doch immer das Kruzifix am Kalvarienberg dies heilige Wahrzeichen der ganzen Gegend mit inbrünstiger und etwas abergläubischer Verehrung betrachtet. Es wurde von dem einzigen Blitzschlag dieser Nacht zerschmettert. Der Meister erreichte den Gipfel betroffen. Er war jedoch Gott sei Dank unverletzt. Keiner der umherfliegenden Splitter hatte ihn verwundet. Mein Gott welche Warnung! Warnung? Nun ja, dass er in sich gehe und sich bekehre. Sie denkt an die allgemeine Schlechtigkeit Ottmas von Winterstätten, die sich für sie in der Tötung ihres Bruders zusammendrängt, fügt aber schnell hinzu. Hat er doch die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen, als er den Preis auf den Kopf des Meisters setzte. Oh, glaube mir, wenn er sich nicht schleunigst bekehrt, wird dies Fieber sein Tod werden. Sie blickt der Schwägerin tief in die Augen und in dem Blicke liegt etwas Spähendes. Wird der Gedanke Renate erblassen machen? Diese gibt den Blick jedoch ruhig zurück. Besinnst du dich nicht auf das, was habe, in welcher Licht und Finsternis rangen, wo jedoch das Licht obsiegen werde? Wir müssen hoffen, dass es so wird, murmelt Gertrud. Dabei fühlt das Mädchen fast mit Schrecken, wie schwer ihr dieser Wunsch fällt, denn muss sie nicht den Bischof lieben, wenn er ein Gottesfreund wird? Sie kann nicht umhin in ihrem Herzen den bösen Gedanken zu lesen, dass Ottmar von Winterstätten sterben möchte. Denn, fügt sie hinzu, und mit unbewusster Kasuistik geht die Begründung sowohl auf den geäußerten als auch auf den geheimen Wunsch, denn vielleicht kann jetzt nicht die geringste Kleidigkeit zur Entdeckung führen. Hast du auch daran gedacht, Renata? Jeden Augenblick kann beim Bischof die Ahnung aufsteigen, wer dein Kaufmann ist. Wohl habe ich daran gedacht, Gertrud, aber sei getrost, diese Ahnung ist sicher schon bei ihm zur Gewissheit geworden. Meinst du und so ruhig sagst du das? Ich sage das ruhig, weil darin keine Gefahr für den Meister liegt. Im Gegenteil, es wird für uns alle der größte Segen sein. Gertrud schüttelt ungläubig den Kopf. Wie jener unselige Mann Renatas Seele in seine Gewalt bekommen hat, denkt sie. Möchte es nur so sein, wie du glaubst, Renata. Mit dieser etwas skeptisch geäußerten Hoffnung tritt sie vom Fenster zurück, sucht noch im Schranke die leinenden Stücke aus und verlässt die Stube durch die kleine in den Alkoven führende Tür. Renata bleibt am offenen Fenster stehen. Wie oft hat sie schon hier zu dieser Tagesstunde gestanden und ihren Blick hinausschweifen lassen über das Städtchen und die hügelige Gegend, worauf das Licht der sich neigenden Sonne Maas erster Ankunft, als der Vater sie in die Stadtstube geschickt hatte, dort einen kleinen Festtrunk aufzutragen, um das fröhliche Ereignis zu feiern, das sein alter Freund auf Winterstetten ihm seinen Sohn schickte, damit der Junker unter seiner Leitung sich in der rechten Ritterart ausbilde, wie unruhig ahnungsvoll hatte sie da in die Ferne geblickt, wie jugendlich hatte die Wange geglüht, die von dem herben Hauch des kühlen Apriltages gefächelt wurde. Dann an dem Abend, nachdem Ottmar in einer Frühstunde so unerwartet verschwunden war, einige flüchtige Zeilen hinterlassend, die in Rätselsprache von einem verhängnisvollen ihn von dannen jagenden Zange kündeten. Es war spät im Herbst, rote Blätter der Obstbäume trieben vorüber und traurig kreischte der Wetterhahn, der Wache hielt über der verlassenen Kammer des kleinen Turmes. Nach ihrer Rückkehr von der Fastnacht Zeit in Regensburg ein graues Tauwetter, der Schnee schmolz und träufelte vom Dach herunter, die Dohlen des Burgfelsens flatterten unstet wie riesenhafte Rußflocken vorüber. Mit tränen schweren Augen sah sie undeutlich die schnee gesprenkelte Häusermasse durch den zerrissenen Rauchschleier, den der Wind ungestüm hin und so manches Mal während ihres Ehelebens, besonders in dessen letzter Zeit, als Hugo drinnen im Alkoven das Bett hütete, bis zum letzten Abend, als sie das sarazenische Fläschchen aus dem Eichenschrank und dem Ebenholz Schreine geholt hatte und nun zögernd hier stand, ein trüber Sonnenuntergang ergoss sein Licht über das Städtchen. Die Stromschnellen des vom Regen angeschwollenen Flusses schickten laut und drohend ihr Brausen herauf. Und dann das letzte Mal, als sie hier die Rückkehr Konrads mit der Meldung über die Seuche erwartete, während hinter ihr Gertrud die Sachen zusammenpackte, für jenen Stadtbesuch, der durch die unerwartete Ankunft Ottmas verhindert wurde. Alles ist jetzt so ganz wie damals. Dieselbe Glut, dieselbe Schwüle, derselbe Geruch nach Torf und Reisigfeuer heraufschwebend aus dem bläulichen Netz, das aus den Rauchfäden der Schornsteine gewoben, über dem Städtchen ausgespannt ist. Links von ihm bis zu den tennig gesäumten Höhen strecken sich die Rockenfelder, einfärbig, gleich gestrichenen Flächen. Kein Windhauch läuft über sie hin und rührt das Ehrenmeer auf in silbernen Wogen. Frühzeitig weißgelb harrt das Korn unbeweglich des Schnitters. Unten glitzert das Spiegelbild des verborgenen Wirtshausschildes wie damals mit dem frechen Blinken eines Späherauges und im Kirchturme drüben beginnt das Abendläuten, das wie damals an ein Stabeglöcklein gemahnt. Damals am Montag war es vor vier Tagen nur vier Tage ihr erscheinen sie ein halbes Leben und sind nicht auch alle Hauptereignisse ihres Lebens in diesen Tagen ihr immer wieder und wieder mit allen Einzelheiten leibhaftig durch die Seele gegangen? Was enthielt nicht schon jene eine Stunde in der Gartenlaube wo sie die Bestätigung alles dessen erhielt wovon sie freilich immer überzeugt gewesen war aber doch nur mit jener Überzeugung des Erratens der es noch ein geheimes sehnsüchtiges Bedürfnis ist sich vergewissern zu können? Vier Tage Was 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 in der Zeit nicht alles geschehen was wird sich ereignet haben wenn wiederum vier Tage ins Land gegangen sein werden wenn würden überhaupt noch vier Tage kommen noch drei noch zwei für die Welt gewiss für die drei Bürger die dort unten im Schatten des Kastanienbaumes ihre Krüge leeren für den Bauer der über nicht aus Furcht geboren ist es ist ein unsagbares Gefühl erhabenster Feierlichkeit das sie ergreift der eisige Geisterhauch des Ewigen durchfröstelt sie mitten in all dieser schwülen Glut als sie in die fünfeckige Kammer tritt legt der Gottesfreund die Feder von sich mit der er gerade einige Aufzeichnungen gemacht hat und tritt ihr mit einem aufmunternden Lächeln entgegen erheblich viel besser beantwortet er ihren fragenden Blick nur braucht er noch viel körperliche und seelische Ruhe letztere würde er jetzt fast haben wenn nicht eine sehr tiefe Unruhequelle noch immer flösse welche meint ihr Herr fragt Renata und errötet weil sie es errät ich meine was heute Nacht zwischen dir und ihm da drinnen vorgefallen ist das drückt Zentner schwer auf sein Gemüt und lähmt seine Lebensgeister erwähnt sich aus deinem Herzen verbannt durch derste abscheuge brandmarkt nun weiß ich ja dass du dies tödliche Alb drücken durch einen Blick einen Händedruck von ihm wegnehmen kannst nicht wahr wir wollen nicht zögern ihm diese Wohltat zu erweisen die für sein Befinden ein größeres Wunder wirken wird als alle medizinischen Berühmtheiten Europas es tun könnten er geht nach der Tür die er leise öffnet erst ein wenig um hinein zu spähen dann ganz und lässt Renata eintreten als sie das tut öffnet sich die gegenüberliegende Tapetentür des Alkovens um die Gestalt Gertrudes hinauszulassen ein schneller Blick zeigt Renata dass Mutter Ursula nicht mehr anwesend ist der Widerschein eines trüben Sonnenuntergangs erfüllt das Gemach mit unsicherem Lichte gegenüber im Schatten des Alkovens auf den sie zuschreitet erhebt sich ein blasses Gesicht vom Kissen des großen Eichenbettes Renata bleibt plötzlich in der Mitte des Raumes stehen sie muss an sich halten um nicht einen leisen Schrei auszustoßen so überwältigend wirkt die Ähnlichkeit zwischen jetzt und damals ihr ist einen Augenblick zumute als ob es nicht Ähnlichkeit sondern Selbigkeit wäre als ob in diesem Raume die zurückgeschnellt wäre fast bedarf es der Anwesenheit des Kaufmanns der hinter ihr in das Gemach tritt um sie aus dieser Wahnvorstellung herauszureißen und es ist als ob die Nähe dieses Mannes jener lebhaften Erinnerung an ihre bittersten Stunde den schärfsten Stachel nähme als sie dem Alkoven zuschreitet sagt ich eine verheistungsvolle innere Stimme dass gerade hier noch und zwar recht bald jener Erinnerung den letzten Rest ihres Stachels verlieren soll und die volle erlösende Versöhnung sich einfinden werde diese innere Stimme spricht mit demselben Ewigkeitsklange wie jene Frage am Fenster der Stadtstube welche sie so feierlich wie mächtiges Orgelgebraus durchfröstelte so tritt sie festen und leichten Schrittes über die Alkoven Stufe an der Ottmar gestern strauchelte es zeigt sich sofort wie sehr der Meister recht hatte schon ihr eintreten und nahen noch mehr ihre Stimme sind die Worte auch nur alltägliche Fragen wie man sie an einen Leidenden richtet am meisten aber das sanfte Streicheln ihrer Hand übt eine zauberhafte Wirkung auf Ottmar aus dieselbe Hand reicht ihm bald danach den Labetrank der seine Nachtruhe herbeiführen soll und als er einschläft hält er ihre Rechte noch in der seinigen an den Pfosten des Alkofens gelehnt betrachtet der Kaufmann die beiden mit einem Blicke voll väterlicher Güte Ende von Teil 24 Aufgenommen von Martin Harbecke Teil 25 von Die Gottesfreundin Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox .org Die Gottesfreundin von Karl Kjellerup Fünftes Buch Erstes Kapitel Die Überraschung im Fünfeckigen Zimmer In der Fünfeckigen Kammer sitzen Renata der Meister und Ottmar beisammen Zwölf Stunden ununterbrochenen Schlafes haben Ottmar so gestärkt dass er am Nachmittage das Bett mit einem Sessel vertauschen kann Er hat dem Kaufmanne einen Teil des Münchner Briefs in die Feder diktiert Da Da doch diese Anfangs wohltuende Arbeit ihn bald zu ermüden anfing hat der Meister ihn überredet sie zu unterbrechen Ich habe hier den Rest sagt Ottmar missmutig auf einige Papierstücke zeigend die seinen Entwurf enthalten den er zum Diktat benutzt hat Es wäre zwar zur Not brauchbar wie es ist Ihr werdet aber nimmer daraus klug werden Das könnte höchstens mein Famulus Der Gottesfreund schüttelt lächelnd den Kopf nachdem er einige Sekunden lang die seltsamen Schriftzüge betrachtet hat Ja hätten wir den jungen Mann hier Psst unterbricht ihn Ottmar mit einer entsetzt abwehrenden Bewegung Ihr wisst nicht was ihr wünscht Renata die gerade hereintritt erbietet sich den Versuch zu machen Ich konnte deine Schrift in alten Tagen deuten Ja sie ist aber viel schlimmer geworden Ottmar nimmt ihr das Blatt aus der Hand Ungeduldig hat er sie erwartet Nun ist sie endlich da und sie sollte sich hinsetzen um die Arbeit des Famulus zu verrichten Wir wollen uns durch ein Stündlein Pause erfrischen Der Brief kann noch immer vor Abend fertig werden Wie wäre es wenn wir unterdessen unsere Baupläne vornehmen Ein trefflicher Gedanke Wir haben zusammen den Entwurf für die Kapelle betrachtet Nunmehr wollen wir unter der Leitung unseres baukundigen Freundes die größeren Grundrisse durchgehen Bald sind die Pläne aus der Bibliothek herbeigeholt und auf dem Tisch ausgebreitet Sie beugen sich darüber Ottmar im Sessel sitzend der mit Lederkissen wohl gepolstert ist der Kaufmann und Renata ihm zur Seite stehend alle drei in die Linien des Grundrisses vertieft während der Kaufmann mit dem Zirkel den beiden irgendeine Einzelheit zeigt als die Tür zum Gange plötzlich aufgerissen wird Ottmar sinkt in die Kissen zurück mit einem Blick als ob er ein Gespenst sähe Vincentius steht vor ihnen der junge Mann der mindestens ebenso überrascht ist wie sie es sind stammelt Entschuldigungen hervor Ihr braucht euch nicht zu entschuldigen Herr Famulus antwortet Renata dies Zimmer war euch ja überlassen da ihr aber wenigstens vorläufig nicht zurück erwartet wurdet nahmen wir es der bequemen Lage wegen in Gebrauch seine Hochwürden hat nämlich wegen heftigen Unwohlseins die abseits gelegene Turmkammer mit diesem Gemach nebenan vertauscht das ich zuerst für meinen Hohen Gast bestimmt hatte Mit Bestürzung und Besorgnis in den Zügen will wird jedoch an der Schwelle scharf abgewiesen wie kommt es daß ihr hier seid da ihr doch in Regensburg sein solltet ich habe euer Hochwürden zu melden daß meine Reise sich sofort in Telheim als Misslungen herausstellte denn niemand konnte auch nur einen Augenblick annehmen daß hmm daß Vincentius Blick schweift unschlüssig zwischen Bischof und Kaufmann hin und her der erstere beruhigt ihn hinsichtlich des Letzteren fahrt nur fort im Texte ihr könnt frei reden Vincentius verbeugt sich niemand sage ich konnte auch nur einen Augenblick annehmen daß der alte Volkssänger den die Telheimer festgenommen haben der allerdings verbotene Schriften bei sich führte der große Gottesfreund sei ich fand deshalb nichts anderes zu tun als ihn nach Regensburg zu schicken und selber hierher zurück zu kehren ich hatte euch aber den weiteren Auftrag gegeben bei der Beisetzung der Äbtissin im Mittelmünster mein Stellvertreter zu sein gewiss das hatte ich jedoch so aufgefasst dass dieser Auftrag unter der Voraussetzung stünde dass ich mich überhaupt in Regensburg befände ich entsinne mich nicht einen solchen Vorbehalt gemacht zu haben es macht mich tief unglücklich euer Hochwürden missverstanden zu haben wie die Verhältnisse lagen glaubte ich jedoch nicht meinen Urlaub weiter ausdehnen und mich dadurch länger von meinem persönlichen Dienst bei Hochwürden fernhalten zu dürfen die Gesichtszüge des Bischofs sind zuerst verdrießlich sogar zornig gewesen als er jetzt aber aufblickt haben sie einen freundlichen Ausdruck angenommen offenbar sieht er ein dass er dem jungen Mann doch Unrecht getan hat allerdings hätte ich mir gewünscht dass ihr meinen Gruß an das Mittelmünster überbracht und der Verstorbenen in meinem Namen die letzte Ehre erwiesen hättet indessen verdient euer Eifer euren Dienst nicht länger zu versäumen alle Anerkennung in der Tat seid ihr auch hier vermisst worden und noch keine Stunde ist vergangen seit der Wunsch laut wurde dass ihr zurück wäret da ihr der einzige seid der das zu deuten vermag was meine Feder zusammen kratzt so liegt denn schon Arbeit hier und wartet eurer mein Freund der Herr Johann Ring Kaufmann aus Basel dessen ihr euch wohl von Lengefeld erinnert ist so gut gewesen für euch Dienst zu tun und hat mit sehr schöner Handschrift was ich ihm in die Feder diktierte aufs Papier gebracht es ist der Anfang eines Briefes an den Kanzler in München und betrifft die Einweihung unserer Ordenskirche diese Papiere enthalten einen Entwurf zur Fortsetzung seid also so gut sobald ihr euch nach den Anstrengungen der Reise etwas erfrischt habt euch diese Arbeit anzunehmen dies abzuschreiben und das Schreiben nach meinen Entwürfen zu vollenden den Kanzleistil trefft ihr besser als ich es war und ist meine Absicht euch mit diesem Brief nach München zu schicken eine Mission die euch an höchsten Stellen bemerkbar machen wird und durch die ihr euch mächtige Gönner gewinnen könnt also hier sind die Papiere eure Sachen werdet ihr in der Turmkammer finden Vincentius bedankt sich demütig für diese neue Gunst Bezeigung seines Herrn und empfiehlt sich nach den Schritten zu urteilen die den Widerhall im Gange und auf der Treppe erwecken scheint dieser musterhafte Famulus von seltenstem Eifer sich auf die Arbeit zu stürzen beseelt zu sein wo mag nur Gertrud sein Renata ist im Begriff sich zu erheben aber Ottmar legt seine Hand auf ihren Arm lass deine Schwägerin bleiben wo sie ist wenn sie auch dem jungen Mann ein herzlicheres willkommen bieten sollte als dir wünschenswert erscheint wir haben hier etwas zu beraten wobei sie am besten abwesend bleibt er steht auf geht zur Tür öffnet sie spät hinaus nach rechts mein famulus ist ein verräter wie ich dir sagte er hat sich mit dem schlimmsten aufrührerischen volkskreis der stadt verschworen mit dem wirt vom goldenen stierkopf und mit dem hetzer dem franziskaner den herzurufen er selbst mich überredet hat mit ihrer Hilfe hetzt er die vor angst wahnsinnige menge gegen ihre ketzerische herrschaft auf und zugleich auch gegen seinen eigenen herren den er nicht ohne Grund beschuldigt diese Dame zu schützen dafür habe ich schriftliche beweise wäre nicht die sündhafte verwirrung meiner leidenschaft dazwischen gekommen mit ihrem fieber in folge was mir den ganzen gestrigen tag und auch diesen zur hälfte raubte so würden diese gefährlichen leute jetzt längst in regensburg hinter schloss und riegel sitzen jetzt aber hat vincentius sich auf dem rückweg mit ihnen beraten können und seid versichert dass er sich dazu zeit gegönnt hat wenn er auch noch so eilig erscheint was bei seinem schlechten gewissen und seiner angst vor entdeckung nicht verwunderlich ist nun das ist nicht mehr zu ändern es ist aber von größter wichtigkeit dass er wenigstens von hier aus nicht mehr mit ihnen in verbindung tritt das ist schon ausgeschlossen ohne meine erlaubnis kann niemand unter irgendeinem vorwand die burg verlassen gut ottmar blickt stirnrunzeln vor sich nieder und streicht sich mit der hand übers kinn wir könnten ihn natürlich sofort festsetzen lassen das würde aber peinliches aufsehen machen und vor allem die ganze weibliche besatzung der burg deine gute schwägerin an der spitze in erregung versetzen nein wir wollen ihn am langen seil halten einstweilen habe ich ihm ja beschäftigung gegeben und ich zweifle nicht dass er sich gänzlich der Arbeit widmen wird sollte er jedoch glauben schon heute abend seine münchner reise antreten zu können dann wird er sich wundern wie besorgt ich um seine volle nachtruhe bin morgen kann er in unserer gesellschaft reisen denn wir dürfen jetzt nicht länger säumen renata morgen vormittag noch müssen wir aufbrechen mit allem was wir an wehrhaften männern mustern können renata neigt den kopf ich werde sofort mit dem hausmeier sprechen alles soll zurzeit fertig sein die du bestimmst und bis zuletzt wollen wir es unseren jungen leuten verheimlichen ich meinem famulus du deiner schwägerin es wird schwierig sein gertrud von allen vorbereitungen auszuschließen so lange wie nur möglich und dass sie dann nicht mehr mit ihm zusammen kommt ihr meister folgt uns natürlich nach regensburg der kaufmann nickt in meiner unmittelbaren umgebung seid ihr vorläufig sicher wohin gedenkt ihr euch aber von dort zu wenden denn wie die zeiten sich gestalten dürft ihr in regensburg nicht gar zu lang verweilen ich gedenke entweder über basel nach den alpen oder über straßburg nach den vogesen zu gehen wir werden erforschen welcher weg der sicherere ist mit einem bischöflichen geleitbrief und empfehlungsschreiben versehen könnt ihr dann gewiss eine stille zuflucht in den gebirgen im süden oder westen erreichen ob du in regensburg bleiben kannst renata ist eine frage die wir unterwegs erörtern wollen ich sprach von vincentius nachtruhe soll er dort oben in der turmkammer schlafen wo du selbst wählst er ist dort so weit weg ich meine es ist besser ihn unter aufsicht zu halten wenn du ein polsterbett in der stadtstube aufschlagen lassen kannst so habe ich ihn neben dem alkohol gerade bei der hand die tür kann sogar offen bleiben mir ist der gedanke nicht recht dass er so frei herum schleichen kann dann wollen wir es so machen soll ich gehen und allein mit dem hausmeier sprechen oder ihn rufen lassen lass ihn lieber herkommen es ist besser wir besprechen das nötigste gemeinsam Ende von Teil 25 gelesen von Hokus Pokus Teil 26 von Die Gottesfreundin Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Gottesfreundin von Karl Gjellrup Fünftes Buch Zweites Kapitel Vincentius Unterwegs Vincentius nimmt mit jedem Satze zwei der hohen Wendeltreppestufen. Der erste Blick überzeugt ihn, dass seine Papiere sich auf dem Tische der Turmkammer in der schönsten Ordnung befinden. Dort links die kirchlichen Angelegenheiten. Der Brief vom Mittelmünster richtig an seinem Platze. Mit zitternden Händen entfaltet er das Schreiben. Leer. Kein beschriebenes Blatt darin. Er durchblättert die folgenden Papiere, wieder und wieder, nirgends das Gesuchte. Und wo ist der Brief des Kanzlers aus München? Weggenommen! Vincentius sinkt auf den Stuhl nieder. Kalter Schweiß perlt ihm auf der Stirn. Es ist so, wie er die ganze Zeit fürchtete. Der Bischof hat in seinen Papieren sicherlich nach dem Kanzlerschreiben gesucht, hat dabei den Brief vom Mittelmünster geöffnet und den Entwurf gefunden, jenes doppelt verräterische Blatt, das seinen Verrat verrät. Er ist diesem Manne auf Gnade und Ungnade in die Hände gegeben. Und hat er Grund, auf Gnade zu hoffen? Hat er irgendeine Entschuldigung? Keine. Es war am zweiten Abend, kurz nach seiner Ankunft in Tillheim, als er seinen furchtbaren Fehlgriff entdeckte. Gerade als er, recht reisemüde, das große Bett im besten Zimmer des Wirtshauses aufsuchen wollte, war es ihm eingefallen, den Wortlaut des Briefes nachzusehen, den er bei Stefan, dem Wirt, für Bruder Martin zurückgelassen hatte. Denn der Entwurf mußte sich ja in seiner Tasche befinden. Er hatte ihn mitgenommen, damit er nicht umherliege, da er keinen sicheren Aufbewahrungsort besaß. Aber kaum hatte er das Papier der Tasche entnommen, als seine Knie so zu zittern anfingen, daß er sich auf die Bettkante setzen mußte. Diese Krähenfüße, Adlerkralen, nein, Teufelsklauen, so verschieden von seinen eigenen Schriftzügen und so wohl bekannt. Der Entwurf des Bischofs zur Antwort an das Mittelmünster. Er entsinnt sich aber doch so deutlich, daß er diesen Entwurf nach Benutzung ins Schreiben des Stiftes hineingelegt hat. Also muß er zweifelsohne durch einen Streich, den ihm der Böse selber gespielt, in seiner großen Eile die beiden Entwürfe verwechselt haben und sein eigener, für den Brief an Martin verfasster Entwurf befindet sich jetzt in das Stiftschreiben hineingelegt auf dem Tische der fünfeckigen Kammer. Während jener Nacht kam kein Schlaf in seine Augen. Am liebsten wäre er spornstreichs zurückgeritten, obwohl er furchtsam im Dunkeln war und eine tödliche Angst vor Gespenstern hatte. Vergebens sagte er sich immer wieder, es wäre gar nicht wahrscheinlich, daß die Ruhe des verräterischen Blattes im Schoße der kirchlichen Angelegenheiten gestört würde. Seine wache Angst flüsterte ihm fortwährend zu, der Bischof könne jeden Augenblick irgendein Schriftstück suchen, daß er seinem Famulus zur Aufbewahrung übergeben hatte, vielleicht dem Brief vom Mittelmünster, ja, höchstwahrscheinlich gerade den. Sofort war er von Kopf bis Fuß in Schweiß gebadet. Am folgenden Morgen überzeugte er sich mit bereitwilliger Schnelligkeit von der Unschuld des alten Volkssängers, wenigstens insofern als dieser nicht der gesuchte Erzketzer und überhaupt keine Person von Bedeutung war. Vincenzius ließ ihn also nach Regensburg schicken und bestieg sein Klosterpferd, um vorläufig nach Weltenburg zurückzukehren, wo er übernachten mußte. Hier hatte er eine lange und vertrauliche Unterhaltung mit dem Prior, den sein Bischof als einen klugen und in Ketzerfragen erfahrenen Mann gelobt hatte. Der Prior wunderte sich keineswegs, daß der junge Mann einen vergeblichen Ritt gemacht hatte. Er habe die ganze Zeit den Verdacht gehegt, daß dies Gerücht von der Sängerverkleidung des großen Gottesfreundes durch die Ketzer selbst verbreitet werde, um den Bischof auf falsche Fährte zu locken. Viel eher solle man ein wachsames Auge auf reisende Kaufleute oder auf Baumeister haben, denn dies seien die falschen Verkleidungen, die solche Begadenaposte mit Vorliebe benutzen. Besonders seien die Baumeister verdächtig wegen der erwiesenen Verbindung der geheimen Sekten mit den Bauhütten. Was aber die Burg Langenstein und ihren vermuteten Zusammenhang mit jenem Erzgetzer betreffe, so habe der Prior sie schon lange in ernstem Verdacht gehabt. Da war, erzählte er, vor mehreren Jahren ein Reisender nach Weltenburg gekommen, um sich über die Donau setzen zu lassen. Ein Mann in mittleren Jahren mit kräftigen, klugen Zügen. Er gab sich für einen Baumeister aus, und als der Prior ihn in die Klosterkapelle führte und ihm ein wenig auf den Zahn fühlte, zeigte er auch wirkliche Kenntnisse in diesem Fache. Er ließ nichts davon verlauten, wohin er sich begeben wollte. Deshalb befahl der Prior, einem jungen Mönche, dem Fremden auf der Spur zu folgen. Diese führte nach Burg Langenstein, jedoch nicht durch das Städtchen und über die Brücke, sondern über den Kalvarienberg und den Steg, und zwar zur Zeit der Mitternacht. Er fand auf rätselhafte Weise Einlass in die Burg. Wann er aber diese wieder verließ, hatte der Mönch nicht erforschen können. Als jetzt der Prior vor einigen Wochen die Gerüchte von bevorstehenden Umbauten auf der Burg vernahm, war ihm jene Begebenheit wieder in den Sinn gekommen. Sie hatte sich zu der Zeit zugetragen, als der Burgherr Hugo von Laufen-Langenstein starb, also genau vor fünf Jahren. Vincentius stutzte. Es fiel ihm auf, daß die Inschrift in Gertrud von Laufens Paulus-Verdeutschung von dem Freund Gottes vom St. Johannistag vor fünf Jahren stamme. Dies war wenigstens ein auffallender Umstand, der ihm zu denken gegeben hätte, wären seine Gedanken nicht gelähmt gewesen durch die Angst vor der Entdeckung seines Verrates. Sie stieg immer höher, je mehr er sich seinem Ziele näherte und erreichte Fieberhitze, als er über dem Städtchen den Bergfried auf dem Fels emporragen sah. Aber trotz der Ungeduld, sich Gewißheit zu verschaffen und eine Entdeckung zu verhindern, die bestenfalls noch mit jeder Minute drohte, welche verging, bevor er seine fünfeckige Kammer betrat, obwohl er solcherweise den Angstsporn in der Seite hatte, konnte doch keine Rede davon sein, ohne Aufenthalt quer durch die Stadt zu reiten. Gerade in der Lage, in der er sich befand, war es für ihn von der äußersten Wichtigkeit, Zuverlässiges über die Zustände in der Stadt zu erfragen. Diese Notwendigkeit drängte sich ihm um so stärker auf, da offenbar etwas Ungewöhnliches vorging. Er bemerkte es, noch bevor er in die Stadt hineinkam. Überall sah er Landleute in Bewegung oder Gruppen von Bauern in erregtem Gespräche. Hier und dort bildeten sie einen Kreis um einen Redner, einen sektiererischen Wanderapostel oder Barfüßermönch. Vincentius hatte keine Zeit, es zu untersuchen. Als er in die einzige Straße Langensteins kam, fand er dort und in den anstoßenden Gässchen dasselbe aufgescheuchte Treiben. Die Leute hielten mit Essig getränkte Schwämme vor den Mund oder hatten den unteren Teil des Gesichtes zugebunden, aber selbst die Furcht vor der Ansteckung konnte sie nicht abhalten, sich zusammenzudrängen und ihrer Zunge freien Lauf zu lassen, so beschwerlich es auch unter diesen Umständen sein mochte. Die Seuche war offenbar im Zunehmen begriffen, es schien sich aber noch etwas Besonderes ereignet zu haben. Im Elisabethinerinnenhause traf er Bruder Martin und hier bekam er bei einer Kanne Weins, der er selber nur mäßig Bescheid tat, die wichtigen Neuigkeiten zu hören. Der Franziskanermönch war mit seinen Begleitern am frühen Morgen in Langenstein angekommen, nachdem Vincentius am vorhergehenden Nachmittag weggeritten war. Der Wirt vom goldenen Stierkopfe händigte ihm sofort das fromme und scharfsinnige Schreiben ein, das der Herr Famulus für ihn zurückgelassen hatte. Ohne Zögern nahm er so dann mit dem trefflichen Wirt und mit einigen klugen und gottesfürchtigen Männern der Bürgerschaft rücksprache. Er sah sofort deutlich, wie es sich mit dieser Seuche verhielt und daß hier wenig mit Kräutern und Wurzeln und Salben auszurichten wäre, sinnte mal es doch offenkundig der Zorn des Himmels sei, der die Stadt traf, weil die Burg der Ketzerin ungestört dort oben thronte, ja, sich sogar anschickte, neue Befestigungen des Bösen anzulegen. Dies sahen sogar die braven Bürger ein, um wie viel mehr er, der Franziskaner. Er aber wußte nun auch sofort das Remedium, das gerade bei der Hand lag. Denn, wie man sagt, daß dort, wo der liebe Herrgott eine Kirche errichte, der Teufel ein Wirtshaus baue, nicht daß Bruder Martin übrigens die Wirtshäuser gänzlich verdammte, wenn sie gute Getränke führten und der Wirt den Menschen gegenüber seine Schuldigkeit tat, So hatte man also hier dem Teufelskrug auf dem Felsen gegenüber sogleich eine Kirche, nämlich die vielen Kapellen des heiligen Kalvarienberges. Also eine Wallfahrt dort hinauf mit Gebet und Lobgesang vor jeder Passionsstation und einer Messe vor dem Kruzifix. Das war das Remedium. Zu diesem Zwecke hatte er sofort eine Versammlung einberufen, aber nicht nur der Bürger Langensteins, sondern auch von Vertrauensmännern aus den Dörfern in weitem Umkreis, und zwar wurde diese noch am Donnerstagabend vor dem goldenen Stierkopf abgehalten, die weil Periculum in Mora war. Aber es scheint wahrhaftig, als ob Satanas wegen der Sünden dieser Gegend Macht und Erlaubnis erhalten habe, hier nach Gutdünken und Willkür sein Spiel zu treiben. Denn wie ich gerade mitten in meiner großen Oratio war, wer anders stand da plötzlich mitten unter uns als Bischof Ottmar? Mehr als einmal wurde Vincentius während des nun folgenden Berichtes mit einem ganzen Panzer von Gänsehaut bekleidet, und mittlerweile konnte er mit sich selber nicht einig werden, ob er Bruder Martin die Geschichte von dem unseligen Entwurf für seines Briefes und dessen unsicherem Schicksal anvertrauen sollte. Sprach übrigens dies plötzliche Erscheinen des Bischofs unten im Städtchen nicht stark für die Annahme, daß er durch den gefundenen Entwurf den Verrat entdeckt habe? Von der im Sinne gehabten Wallfahrt scheint ihr aber dem Bischof nichts gesagt zu haben? Gewißlich nicht, denn daran ist nicht zu zweifeln, daß er nach seiner gottlosen Denkweise denn so nenne ich sie unter uns sie alsbald verboten hätte. Ach ja, meine arme Wallfahrt, da kam nun freilich ein noch machtvolleres Verbot durch diese schreckliche Begebenheit dazwischen, und nun erzählte er von der eigentlichen Ursache der großen Erregung, die sich innerhalb und außerhalb des Städtchens zeigte. Donnerstag war der schwülste all dieser heißen Tage gewesen. Über dem Waldberge hinter der Burg aber standen den ganzen Nachmittag noch dickere Wolken als die, welche schon so oft bei den Bürgern vergebliche Hoffnungen erweckt hatten. Denn die unerhörte Trockenheit und Hitze, die die ganze Ernte bedrohte, erschien ihnen als ein Fluch, der mit der Seuche irgendwie im Bunde stand. Ganz deutlich konnte man erkennen, daß diese sich täglich wieder sammelnden Wolken so inniglich gern heraufkommen und Hilfe schaffen wollten, es aber nicht konnten, weil eben die böse Burg mit ihrem drohenden Turm gleich einem Satanshorn sie zurückscheuchte und bannte. Diesmal stiegen sie aber beim Sonnenuntergange tatsächlich höher, und alle atmeten auf in der festen Erwartung des Regens, der, wie man sicher annahm, das Abnehmen der Seuche mit sich bringen würde. Das Antlitz des Himmels wurde immer drohender, und die Leute mochten nicht zu Bett gehen, da sie ein mächtiges Gewitter erwarteten, bis es ihnen schließlich doch zu lange wehrte. Mitten in der Nacht wurden sie durch einen Blitz und Donnerschlag von solcher Gewalt geweckt, daß auch die ältesten Leute sich nicht erinnerten, je etwas Ähnliches erlebt zu haben, nur einen einzigen, und dabei fiel nicht ein Tropfen Regen. Am folgenden Morgen war der Himmel blau wie immer, aber gleich einem Lauffeuer ging die Nachricht durch die Stadt, jener Blitzschlag habe ihr berühmtes, wunderwirkendes Kruzifix auf dem Kalvarienberge zerschmettert. Nun müßt ihr wissen, meine Herr Fabulus, daß, obwohl der Bischof über meine Beretsamkeit spöttelt, andere sind freilich darüber anderer Meinung, aber es mag wohl sein, daß sie nicht genug weltlicher Art ist, um so ganz nach dem Geschmacke seiner Hochwürden zu sein. Sicher ist es aber, daß aus meinem Munde von Zeit zu Zeit ein heiliger, prophetischer Geist spricht, von dem man allerdings nicht erwarten darf, daß er nach heidnischen Rhetorenregeln sich richte. In meiner an die Bürger gerichteten Oratio hatte ich nämlich gesagt, daß der Zorn des Himmels, weil sie jene Ketzerburg über sich duldeten, sich wohl so äußern würde, daß er jenes Kruzifix zerschmettere und daß sie nicht länger unter seinem segensreichen Schutze stünden und es sei, als ob Christus nicht für sie am Kreuze gestorben wäre. Daran erinnerten sich nun alle und ehrten mich noch höher denn zuvor, wozu sie ja auch allen Grund hatten. Ja, sie riefen, ich möchte doch für ihre unglückliche Gegend ein zweiter Peter von Amiens werden und alle frommen Männer von nah und fern zu einem Kreuzzuge gegen jene Burg und feste Satanas versammeln. Ihr könnt euch aber denken, wie die Erregung stieg, als gleichzeitig die Seuche sich in die ganze Stadt, ja ringsum in die bis jetzt verschonten Dörfer verbreitete. Das sind allerdings wichtige Neuigkeiten, sagte Vincentius und schaute ganz blass drein. Denn solch ein offenbares Wunder machte einen starken Eindruck auf sein frommes Gemüt. Immerhin scheint mir jedoch in dieser Stimmung der Bürgerschaft wieder etwas Tröstliches zu liegen, denn sie umgibt euch mit einer starken Leibwache und stellt euch sogar an die Spitze eines ganzen Heeres. Von welcher Wichtigkeit dies aber ist, werdet ihr einsehen, wenn ihr mich anhört, denn auch ich habe euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Und jetzt erzählte er, was mit dem Entwurf jenes frommen und scharfsinnigen Briefes geschehen war, in welcher Gefahr sie geschwebt hatten und vielleicht noch schwebten. Dies wirkte so kräftig auf seinen Zuhörer, der sich schon durch einen herzhaften Schluck aus seinem Becher stärken wollte, daß die roten Tropfen über die graue Kutte hinunterperlten. I nun, mein frommer Vater, ihr habt doch vorläufig geringeren Grund als ich, mit der Hand zu zittern. Prosit! Gott sei mit euch und halte seine Hand über mich, der ich meinen Nacken geradezu in die Schlinge stecken muß. Zu guter Letzt sind wir freilich in demselben Kahn und müssen schwimmen oder ertrinken zusammen. Amen. Schlimmstenfalls sind wir nicht waffenlos, aber unsere Waffe wird uns recht bald aus der Hand gleiten. Heute ist es euch eine leichte Sache, diese wütenden Bürger und Bauern zu leiten, aber in ein paar Tagen zerstreuen sich die Bauern in ihre Dörfer und ihr werdet euch wundern, wie taub das Ohr der Bürger für einen Kreuzzug dann schon geworden sein wird, was uns jedoch die größte Macht über den Bischof gibt. Merkt euch das, mein frommer Vater? Vom Beichtstuhl her seid ihr ja mit den Schwächen der Menschenkinder vertraut. Ich sage euch, seine Hochwürden ist so verliebt wie ein Kater im Mondschein und was die Ketzerin betrifft, sieht sie mir danach aus, recht zärtlich zu solcher Musik zu miauen. Die nunmehr fast leere Kanne, in die der Mönch prüfend hinunterstarrte, gab einen hohlen Widerhall seines zufriedenen Grunzens. Siehst ein Pfand in unserer Hand. Ich seh's, mein Sohn, ich seh's. Gut, aber seht euch auch die andere Seite der Sache ein wenig an. Bruder Martin nickte mit tiefgründiger Miene, indem er den leider sparsamen Rest vorsichtig abmessend in den Becher goß. Freilich, man soll immer beide Seiten einer Sache betrachten. Hm, was meint ihr eigentlich mit der anderen Seite? Ich meine, daß diese heftige Leidenschaft bei ihm einen furchtbaren Haß und Rachedurst gegen jeden erzeugt, der auch nur daran denkt, ein Haar ihres Hauptes zu krümmen. Oh, ich habe schon einen Schimmer davon gesehen. Ich sage euch, das Herz wird ihm in der Brust lachen, wenn unsere Gliedmaßen auf der Folterbank krachen. Ja, ja, es kann so weit kommen, falls er wirklich meinen Entwurf gefunden hat und er uns ganz in seine Macht bekommt. Die Frau ist unser Faustpfand, daß wir nicht entschlüpfen lassen dürfen. Das ist ja gerade die große Gefahr, daß er sie von hier wegbringt. Weiß er sie erst irgendwo in Sicherheit, dann kann er mit uns tun, was ihm beliebt. Und was das heißt, wenn er einen solchen Beweis wie den Entwurf gegen uns hat, unterstützt durch das Stück deiner Beretsamkeit, daß er genossen hat, nun, dies habe ich ja schon hinlenklich angedeutet. Der Franziskaner nickte bedachtsam. Ja, ja, ihr habt recht. Gott sei Dank, daß ihr gekommen seid, denn meine Stellung hier war schwierig. Ich trug und trage noch eine schwere Verantwortung. Da tut es gut, mit einem klugen Mann wie euch, Herr Farmlus, zu sprechen und mit ihm Rat zu pflegen. Und sie pflegten Rats. Betreffend der Hauptaufgabe, der Verbindung zwischen Vincentius und Bruder Martin, wurden folgende Maßregeln verabredet. Das einzige Fenster der Burg, das nach der Stadt blickte, war von der Kammer des Mönches aus zwischen zwei Giebeln sichtbar, gar nicht davon zu reden, daß Stefan der Wirt es immer im Auge behalten konnte. Die erste Mitteilung, die es zu vermitteln galt, war die, ob der Entwurf an seinem Platze läge oder ob der Bischof ihn schon gefunden hätte. Im letzteren Fall sollte Vincentius ein weißes Tuch zum Fenster hinaushängen. Ein schwarzer Flor hingegen bedeutete, daß man Anstalten zur Abreise mache, so daß keine Zeit mehr zu verlieren sei. Wie Vincentius sich Gelegenheit zu solcher Zeichensprache verschaffen konnte, ward seinem eigenen Scharfsinn und seiner Verbindung mit Gertrud überlassen. Sollte sich aber dieser Plan als unmöglich herausstellen, dann müßte er sein eigenes Zimmer benutzen, dessen Fenster freilich nur von jenseits der Flußkrümmung beobachtet werden konnte und außerdem das Missliche an sich hatte, daß ein von dort ausgegebenes Zeichen nur zu leicht in der Burg bemerkt werden konnte. Käme die weiße Fahne nicht zum Vorschein, dann läge wahrscheinlich keine unmittelbare Gefahr für sie beide vor. Aber die kann er leider getrost sofort aushängen, denn daß ein Entwurf in der Hand des Bischofs ist, darüber kann kein Zweifel bestehen. Nun hat freilich der Bischof davon gesprochen, ihn mit dem Brief an den Kanzler nach München zu schicken, welche Bewandtnis es damit hat, wird er ja bald erfahren. Zuerst gilt es, diesen Brief fertig zu machen. Er legt das Papier mit der Diktatschrift des Kaufmanns vor sich auf den Tisch. Eine schöne, sehr deutliche Handschrift. Vincenzius hat aber nur wenige Zeilen gelesen, als er stutzt und innehält. Woher kennt er nur diesen Zug, diesen eigentümlichen Schnörkel, der sich mehrmals wiederholt? Erst vor wenigen Tagen hat er ihn gesehen. Jetzt weiß er's. Die Widmung in Gertruds Verdeutschung der Paulus-Episteln von ihrem Freund und Gottes. Also dieser Kaufmann Ring aus Basel ist vor fünf Jahren hier gewesen. Er kam vom Kloster Weltenburg, gab sich damals für einen Baumeister aus und schien die Kenntnisse eines solchen zu besitzen, wie er denn auch jetzt unten in der fünfeckigen Kammer mit einem Zirkel in der Hand dastand und dem Bischof und der Burgfrau einen Bauriß erklärte. Und von diesem Gast hat Bruder Martin kein Wort erwähnt. Das heißt, keine Seele in Langenstein hat eine Ahnung von seiner Anwesenheit. Wie kommt es, daß seine Ankunft so unbemerkt geblieben ist? Ja, wie war's doch vor fünf Jahren. Damals war er mitten in der Nacht über den Kalvarienberg und den Steg gekommen und hatte auf rätselhafte Weise Eintritt in die Burg gefunden. Vincentius springt auf. Ist es möglich? Der Bischof hat ihn unter dem Vorwand weggeschickt, an den großen Gottesfreund Hand zu legen. Sollte es sich nun so verhalten, daß er unverrichteter Sache zurückgekehrt ist, um diesen Erzketzer an der Seite des Bischofs zu finden? Und ist es gerade jener erfahrene Prior gewesen, an den ihn der Bischof angelegentlichst empfahl, der das Mittel wurde, seine Augen hellsichtig zu machen, wobei es noch der abgefeimteste Schicksalszug wäre, daß sein hoher Vorgesetzter ihn offenbar nur deshalb über Weltenburg schickte, um seine Reise länger auszudehnen. Oh, Bischof Ottmar, da warst du übel beraten. Wie lautete doch die Weisung des erfahrenen Weltenburger Priors? Sucht ihn nicht unter den fahrenden Spielleuten, sucht ihn unter den reisenden Kaufleuten und Baumeistern. Und hier waren beide in einer Person. Und ein Gottesfreund noch dazu. Daß er gerade der große Gottesfreund ist, das ist das wichtige Glied, das noch fehlt. Aber die Möglichkeit, die schon fast eine Wahrscheinlichkeit ist, versetzt Vincentius ganzes Wesen in wilde Erregung. Er ist von der Jagdleidenschaft ergriffen, von dem rasenden, brennenden, blutigen Beuteturst, der die Hunde des Herrn, Dominikanes, auf die Spur der Ketzer hetzt. Und es gilt Edelwild, großes Wild, Löwenjagd. Ende von Teil 26 Teil 27 von Die Gottesfreundin Dies ist eine LibriVax-Aufnahme. Alle LibriVax-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVax.org Aufgenommen von Renate Die Gottesfreundin von Karl Gellerab Fünftes Buch Drittes Kapitel Vogler und Vogel Es Port Eine Küchenmarkt zeigt sich in der Tür. Ein mit Esswaren wohlbesetztes Brett tragend. Über ihrer Schulter lächeln Gertrudes lebhafte Augen entgegen. Das Edelfräulein bewillkommnet ihn auf Langenstein. Sie möchte wissen, ob alles nach Wunsch ist, was sie in der Eile zu seiner Verpflegung angerichtet hat. Ob er etwas Besonderes wünsche, ob sie ihm vielleicht ein Fußbad heraufschicken solle? Vincentius bedankt sich. Er habe kaum Zeit, sich die Erfrischung durch ein Fußbad zu gönnen, da sein hoher Vorgesetzter ihm eine Arbeit gegeben hat, die keinen Aufschub verträgt. Die schwarzen braunen Gertrud ziehen sich unwillig zusammen ob solcher Tyrannei. Umso milder betrachten die samtweichen Augen den schwer belasteten Jüngling. Dieser aber versichert ihr Lächeln. Ein solches Willkommen habe ihm schon alle Müdigkeit weggeblasen. Als nun das Ritterfräulein Miene macht, der Küchenmarkt zu folgen, die ihm um den Pfeiler der Windeltreppe herum verschwinden will, ergreift er beherzt ihre Hand und sieht das strömende Mädchen, das wegen der erhöhbaren Nähe ihres dienenden Geistes keinen lauten Widerspruch erheben kann, so weit in die Kammer herein, dass er hinter ihr die Türe schließen kann. Worauf der Widerspruch laut wird? Nein, Gertrud, oh ja, ich darf dich Gertrud nennen, du würdest dich nicht so bald und so kalt von mir trennen, wenn du wüsstest, in welcher Gefahr ich um deinet Willen schwebe. Gefahr? Mein Gott! Du wirst blass, darf ich glauben, dass dir mein Leben teuer ist? Oh, Vincentius, ihr Ausbruch stirbt eines seligen Todes auf seinen Lippen, die die ihrigen schließen. Dann komme, was kommen mag, möge er sein Schlimmstes tun, du bist mein, ich will uns beide retten. Aber hier kann dir keine Gefahr drohen, Vincentius, gerade hier, Geliebte, wisse, dass Bischof Ottmar mich hasst, weil er mich fürchtet. Er fürchtet dich? Ja, weil ich Dinge von ihm weiß, Dinge, oh, vor deinen jungfräulichen Ohren kann ich nicht einmal andeuten, was ich von ihm weiß. Deshalb will er mich aus dem Wege räumen. Ja, Gertrud, ich weiß, dass er im Besitze gewisser Papiere ist, Briefe von meiner Hand mit unvorsichtigen Äußerungen, Worten, die, falsch gedeutet, gegen mich zeugen können. Der Prior in Weltenburg, der mir wohlgesinnt ist, hat mich gewarnt. Er wollte mir in seinem Kloster eine Sofluchtstätte geben. Und du kehrtest zurück? Oh, Vincentius, doch nicht, um mich wiederzusehend. Das allein hätte mich schon zurückgerufen, aber es war nicht alles, wie hätte ich denn mich selbst retten können und dich ohne Schutz hier in seiner Macht bleiben lassend. in seiner Macht ich du und deine Schwägerin ihr alle hier seid in seiner Gewalt auch dieser Kaufmann aus Basel ja der ganz besonders wann kam er gestern in der Nacht Gertrud stutzt ja als der Blitz auf den Kalverienberg niederschlug gerade als er die Höhe betrat zersplitterte der Blitz das Kruzifex der Schlag hätte beinahe Bischof Ottmar getötet er ist noch von der Erschütterung krank Bischof Ottmar war er denn auch dort ja er muss gewusst haben dass der Kaufmann kam du weißt ja dass er ihn aufgefordert hatte Langenstein zu besuchen er war ihm mitten in der Nacht entgegen gegangen niemand wusste etwas davon Vincentius ihre Stimme ist ängstlich bittend oder als ob sie ihren Liebhaber zu sich zurückrufen wollte er starrt vor sich hin gerade auf sie aber es ist als sehe er durch sie in einen Abgrund hinab dessen lockende Tiefe ihn schwindelig macht gerade in dem Augenblick wo sich jene beiden begegneten gerade als der Fremde seinen Fuß auf das Langensteiner Golgata setzte hat der himmlische Zorn das Schutz Heiligtum dagegen das wunderwirkende Kruzifix zerschmette mein Gott wer ist denn der Mann der durch sein vermessenes Betreten des Heiligtums den Blitz aus der Wolke holt wer anders als der Erzketzer der große Gottesfreund in Vincentius kirchlichem gemüt lässt ein solches wunder keinen Zweifel zurück aber er bedarf eines Zeugnisses von allgemeiner Überzeugungskraft und er hat es bei der Hand so ist es ihm wirklich gelungen was meinst du Vincentius Bischof Ottmar hat ihn in seine Macht bekommen den großen Gottesfreund den großen Gottesfreund Oh Gertrud hast du nicht mehr Zutrauen zu mir ich weiß ja sehr wohl wer dieser Kaufmann ist wie kannst du aber glauben ich würde einen Mann ins Unglück bringen der dein Freund ist dein Freund und Gott ist wie er in deiner Epistel Verdeutschung schrieb wenn du mich wirklich liebst kannst du so etwas nicht von mir glauben Oh nein gewiss nicht Geliebter aber es ist doch ein so großes Geheimnis ich hatte kein Recht es jemandem anzuvertrauen er ist von Gefahren umgeben wir müssen alle hier vorsichtig sein und erst ich was bin ich nicht diesem manne schuldig denke dir er hat das Leben meines Bruders gerettet ist möglich ja das ist lange her es geschah in Straßburg wo mein Bruder mit Junker Ottmar um Renates Willen kämpfte das hast du mir nicht erzählt nichts aber ich erzähle dir dass Junker Ottmar mit Renate verlobt war und sie schimpflich verließ darum forderte ihn mein Bruder heraus und verfolgte ihn bis Straßburg verfolgte verfolgte ihn ja denn Ottmar von Winterstetten verschwand heimlich aus Regensburg Vincentius Gesicht strahlt er flüchtete der Feigling das sieht ihm ähnlich und sie kämpften in Straßburg Gertrud nickt dort wurde Hugo schwer verwundet Verwandte die wir dort hatten pflegten ihn in deren Haus kam der große Gottesfreund das heißt damals nannte ihn noch niemand so er war Kaufmann war aber weniger der Kaufgeschäfte wegen nach Straßburg gekommen als um Tauler zu hören von dessen Predikten man viel römliches redete auf seinen Reisen im Weltschland hatte er manches von der Heilkunst erlernt er pflegte Hugus Wunde und sprach dabei viel mit ihm vom Tauler und von dem Leben in Gott Mein Bruder der sich am Rande des Todes glaubte war darum empfänglicher für solche Betrachtungen als er es wohl sonst gewesen wäre so fand er einen Arzt sowohl für die Seele wie für den Körper und hing seitdem mit großer Liebe an diesem bürgerlichen Freund Seine Wunde aber heilte so gut dass er noch leben würde wenn sie nicht durch einen unglücklichen Sturz mit dem Pferde wieder aufgebrochen wäre dann ist Bischof Ottmar der Töter deines Bruders Gertrud nickt und ihre dunklen Augen werden noch dunkler blank von aufsteigenden Tränen sie hasst den Bischof denkt Vincentius auch das schlimmste was ich von ihm sagte würde sie bereitwillig glauben ja dieser Mann ist gewiss für uns alle verhängnisvoll du siehst nun wie sehr ich recht hatte als ich vorhin sagte er habe uns in seiner Gewalt uns alle selbst deinen unglücklichen Bruder wenn er lebte würde der Bischof ihn in seiner Macht haben wegen seiner Verbindung mit dem großen Gottes Freund wie viel mehr denn Renata und über ihren Kopf hält er auch noch das weltliche Schwert er erhebt gegen sie die Anklage sie habe ihren Gemahl durch Gift aus dem Wege geräumt ist die schändliche Beschuldigung auch dem Bischof zu Ohren gekommen ich habe wohl gehört dass Stefan der Wirt den Renata aus ihrem Dienste wegjagen musste solche Gerüchte verbreitet um sich zu rächen aber ich die ich selber dabei stand weiß es am besten als sie ihm die vielen Tropfen gab die seinem bösen tödlichen Leiden ein Ende machten war sie von eidem Mitleid bewegt und konnte seinen Bitten nicht widerstehen also doch welch wichtiges Zeugnis denkt Vincentius er sagt aber ich habe mir immer gedacht wenn das wahr wäre müsse es etwa so zu gegangen sein aber in einem Punkt irrst du dich Vincentius Bischof Ottmar will Renata sicher keinen Schaden verursachen sondern sie vielmehr auf jede Weise beschützen freilich hat er sich damals abscheulich gegen sie betragen als eine leichtsinnige Baser Renatas die alle wunderschön fanden ihn in ihr Garn gelockt und besaubert hatte aber jetzt liebt er sie dessen bin ich gewiss mehr als einem Bischof erlaubt es zu lieben umso wichtiger für ihn im Besitzer von Machtmitteln zu sein womit er sie nach seinem Willen beugen kann Gertrud deren letzte Worte ihr das Blut bis in die Schläfen getrieben haben blickt ihn mit großen erschrockenen Augen an das möchte immerhin sein wenn ihn nur nicht auch dich in seiner Macht hätte mich was siehst du denn für Gespenster an hellen Tag du törichter Mann du hörst nur mit einem halben Ohr was ich dir sage hab ich dir nicht gerade erklärt dass er in Renata verliebt ist ist er doch offenbar nur deshalb hierher gekommen weil er es vor Sehnsucht nicht mehr aushielt was kann ihm dann daran liegen ob er mich in seiner Macht hat oder nicht oh du holde unschuld weißt du denn nicht dass solche Männer mehr denn eine Vincentius treibst du Spott mit mir als ob es mir einfiel mich mit Renata zu vergleichen wüsstest du nicht schon dass ich die deine bin ich müsste glauben du wollest mich durch falsche Schmeichelei gewinnen mir muss es jedenfalls erlaubt sein dich schöner zu finden und dass du weit jünger bist kannst du nicht leugnen glaubst du er sei blind gegenüber deiner frische deiner magdlichen anmut er bischof ottmar ich sage dir der sultan in seinem harem ist ein heiliger gegen einen solchen kirchenfürsten gertrud ist weiß und rot geworden sie hat sich auf die ruhebank gesetzt und ringt die hände mein gott ist so etwas möglich vincentius nimmt platz neben ihr und bemächtigt sich ihrer linken hand er glaubt zwar dich in seiner Macht zu haben aber er wird sich täuschen darum bin ich ja hier sie drückt warm seine Hand und bist du in lebensgefahr denke nicht daran wir beide werden ihm zu stark sein aber sage mir glaubst du dass es uns möglich ist aus diesem gefängnis zu entschlüpfen ohne ohne dass jemand davon wusste aber Konrad unser Hausmeier sagte heute früh zu mir dass er sie jetzt jeden Abend selber abschließt und den Schlüssel mit den Hauptschlüsseln zusammen an Renata abgibt und sie hütet sie unter ihrem Kopfkissen teilst du die Schlafkammer mit ihr ohnein ich schlafe unten mit der Ursula zusammen das ist die Haushälterin die einst meine ame war denn ich fürchte mich nachts allein zu sein Renata aber will am liebsten allein sein nun ich hatte auch darauf wenig gebaut glücklicherweise habe ich unten in Langenstein einen guten Freund einen angesehenen Mann dem alle folgen der wird uns nicht im stich lassen die Hauptgefahr ist dass der bischof plötzlich aufbricht und uns mit sich fortschleppt mich auf die Folterbank im Regensburger Rathaus dich in seinem Palast weiß ich nur das im voraus dann werde ich schon Hilfe schaffen natürlich wird er verhindern dass ich umher gehe und irgendetwas entdecke aber vor dir können sie es nicht verbergen wenn du die Augen offen hältst daran soll es nicht fehlen und alles was ich bemerke sollst du sofort erfahren aber aber liebster was nützt es da du von jeder verbindung mit jenem mächtigen freund abgeschnitten bist wer ist es übrigens er kann unten nicht ansässig sein sonst müsste ich doch den Mann kennen oh nein er hält sich jetzt nur dort auf um der Bevölkerung in ihrer großen Not zu helfen und ich bin auch nicht gänzlich von ihm abgeschnitten sagen mir kann ich in die stube hineinkommen wo wo ich dich zuerst sah ein liebevoller blick und ein weicher händedruck sagt ihm dass er die richtigste benennung gefunden hat oh ja die stadtstube wie wir sie nennen ist nur selten abgeschlossen und sollte das auch der fall sein so kann ich dir leichter zu verhelfen denn ich habe alle Augenblicke in dem Schranke dort etwas zu suchen aber was kann das dir nützen sie blickt ihn plötzlich mit ängstlich forschenden Augen an und ergreift krampfhaft seinen Arm Vincentius du gedenkst doch nicht an einer Strickleiter hinab zu klettern er blickt hinweg als ob ihm dieser Gedanke nicht gerade neu wäre wäre ich allein würde ich lieber das wagen als in der Gewalt dieses Mannes bleiben Seine finstere Entschlossenheit macht sie erzitteln er fühlt dass er das rechte getroffen und sie damit am besten vom ernste der Gefahr überzeugt hat Vincentius geliebter einziger versprich mir nie mehr daran zu denken ein Versuch ist der sichere Tod wie könnte ich es jetzt da ich doch dich hier zurück lassen müsste Gertrud ist getröstet und überzeugt ich zweifle aber nicht dass mein Freund zur Zeit des Sonnenuntergangs sich auf der Brücke ergehen wird und wenn er mich dann am Fenster stehen und mit einem Tuche winken sieht dann weiß er wenigstens dass ich nicht gefesselt im Turm liege und das wird ihm zum Troste gereichen indessen möchte ich sehr gern ein rotes Tuch haben das wird ihm umso mehr auffallen er wird dann auch sicher sein dass nicht zufällig jemand dasteht und hinunter winkt kannst du mir ein solches verschaffen mit der größten Leichtigkeit aber jetzt muss ich dich verlassen sonst könnten sie mich leicht vermissen du hast recht wir dürfen keinen Verdacht erwecken leb wohl meine geliebte halte den mut aufrecht und diese herrlichen schwarzen augen klar und wach sei mein mutiges mädchen leb wohl eine lange umarmung ein letzter kuss ein allerletzter für diesmal wer weiß vielleicht für immer und Gertrud verlässt die Turmkammer möglicherweise ein ganz klein wenig enttäuscht weil ihr Liebhaber sie nicht länger festgehalten hat obwohl es hohe Zeit war dass sie ging jedoch auch nicht zu spät denn als sie leise an der fünfeckigen Kammer vorüber schleicht hört sie stimmen die bezeugen dass Renata und die beiden Männer drinnen noch in tiefer Beratung sitzen auch die rauen Kehl laute Konrads sind vernehmbar kein Zweifel dass etwas wichtiges im Werke ist und für sie hat man keinen Gebrauch oder hat man sie schon vergebens gesucht sie überzeugt sich bald dass niemand nach ihr gefragt habe als etwa vor einer halben Stunde Konrad in die fünfeckige Kammer gerufen wurde was haben sie nur vor dass sie nicht wissen soll oh Gott wenn mein getreuer vincentius nicht wäre und wenn er nur an seine eigene rettung täschte wie verlassen stände ich da dieser schreckliche bischof ottmar hätte dann uns alle in seiner gewalt gibt es bei LibriVax.org Aufgenommen von Renate Die Gottesfreundin von Karl Gellerab Fünftes Buch, viertes Kapitel Es flagt die Burg Seitdem Gertrud Vincentius in der Turmkammer verließ, hat der fleißige Famulus in ein paar Stunden den Brief an den Kanzler in München fertiggestellt und begibt sich hinunter, um das Schreiben seinem hohen Vorgesetzten zur Unterschrift und Versiegelung zu überreichen Er ist nicht wenig neugierig, welche Miene seine Hochwürden wohl aufsetzen wird, wenn sein diensteifriger Famulus ihm vorschlägt, ohne geringste Ruhe sofort wieder zu Pferde zu steigen und in die Nacht hinaus zu reiten, obwohl er ein schlechter Reiter ist und sich in der Dunkelheit vor Gespenstern fürchtet, was der Bischof längst entdeckt hat und ihm bei jeder Gelegenheit unter die Nase reibt Kaum ist er von der Wendeltreppe in den Gang getreten, als eine wohlbekannte Mädchengestalt, die sein Herz klopfen macht, sich am anderen Ende des Ganges zeigt, wo die große Treppe nach der Halle hinunter führt Zu vertraulicher Begegnung bietet sich leider keine Gelegenheit, denn in der Halle ist die Stimme Renatas hörbar Als aber Gertrud mit einem zärtlichen Blick an ihm vorbeischlüpft, lässt sie ein rotes Halstuch fallen Vincentius hebt es schnell auf und fühlt dabei, dass ein Stück Papier oder dünnes Pergament mit einer Nadel in den Falten befestigt ist Die fünfeckige Kammer ist leer Vincentius pocht an die Tür zum Gemach, aus dem die Stimme seines Herrn ihm einzutreten gebietet Ottmar sitzt in einem Sessel am Fenster und blättert in einem Gebetbuch Gewiss eine gesiemte Beschäftigung für einen Bischof, wenn auch sein Blick ausschließlich an dem Vergoldeten, in brennenden Farben leuchtenden Initialen und Marginalen haftet, auf die er sich so gut besinnt und von denen er weiß, dass sie schon die Kinderaugen Renatas besauberten Sein Hochwürden ist gnädig gestimmt, huldreich sogar Er lubt die schnell und sorgfältig verrichtete Arbeit und will nichts davon hören, dass sein Famulus sich schon an diesem Arm wieder auf den Weg begebe Niemals war ein großer Herr besorgter um die Nachtruhe seines Untergebenen Er hat sich sogar überlegt, wo dieser sie finden soll Hier gerade nebenan, nein, nicht in der fünfwegigen Kammer sondern in der sogenannten Stadtstube Sollte er selber die Dienste seines getreuen Geheimschreibers nötig haben, so braucht dieser nicht die steile Treppe herabzusteigen Seht hier, wie bequem, vom Alkoven des Gemachs tritt man gerade hinein Er öffnet die Tapetentür und führt seinen Famulus in dessen neues Schlafzimmer Zeigt ihm das Polsterbett, das für ihn auf der Diele bereit liegt Dort werde er schon schlafen können, wenn auch das Lager etwas feldmäßig sei Ekklesia Militans, nicht wahr? Worauf seine Hochwürden zu seinem Fenstersessel und seinem Gebetsbuchbetrachtungen zurückkehrt Kaum hat sich Vincentius überzeugt, dass er allein ist und jedenfalls hoffen darf, für einige Minuten ungestört zu bleiben, als er das rote Tuch hervorsieht und den Papierstreifen aus den Falten löst Er liest Wir reisen morgen ab Man will es vor mir verheimlichen Gott steh uns bei Deine Gertrud Vincentius nickt Es ist, wie ich fürchtete Also das ganze Signal Und noch etwas dazu Er lauscht an der Tür zum Alkoven Nichts rührt sich drinnen Schnell schnürt er sein Gewand so weit auf, dass er hervorziehen kann, was er auf der Brust trägt Eine lange Schnur, an die er ein paar wimpelförmige Stoffstücke befestigt hat Ein weißes, leinenes und eines vom schwarzen Flor Um sich das erste zu verschaffen, hat er oben in der Turmkammer ein Hemd in zwei geschnitten Das zweite hat er seiner Mütze entnommen Es ist nur lose angeknüpft, da vielleicht kein Gebrauch dafür ist Jetzt aber muss es fester angebunden werden Dann das rote Halstuch Gertruds unter dem Flor Damit dem goldenen Stierkopf für die Lust zum Stoßen recht wütend ankommt Und die Vorbereitungen sind fertig Und nun die ganze Schnur mit dem Zeichen unter das Bettpolster verborgen Bis die Zeit zum Gebrauche da ist Die Zeit wäre freilich schon da, wenn nur die Gelegenheit sich fände Dass ihm gerade die Stube als Wohnung angewiesen wurde Zu der ein freier Eintritt ihm so wichtig war Scheint eine gütige Fügung des Schicksals zu sein Diese Grünst wird aber wiederum durch den Umstand aufgewogen Dass der Bischof daneben wohnt und jeden Augenblick hereinsehen kann Ja, es gewiss tut, wenn er hört, dass ein Fenster geöffnet wird Im Notfalle muss er es mit äußerster Vorsicht dennoch wagen Als er bei seiner Ankunft dieses Zimmer betrat, stand das Fenster offen Er weiß es genau, denn wie deutlich hatte er nicht die Stromschnellen unten vernommen Dies ist eine tröstliche Betrachtung Denn in solchen alten Burgsemmern werden die Fenster oft jahrelang nicht geöffnet Und schließen dann so fest, dass beim gewaltsamen Öffnen die Scheibchen in den Bleirahmen rasseln Indessen noch kann er warten Er hat das Gefühl, dass ihm das Glück beistehen wird Hat es ihm nicht bis jetzt geholfen? Was ist das? Hört er nicht Stimmen von Männern? Ja, der Gottesfreund ist drinnen beim Bischof Und jetzt Schritte Einer geht auf und ab Alles stirr Er pocht an Keine Antwort Zögernd macht er auf und schleicht in den Alkoven Bereit, einer barschen Nachfrage mit der Entschuldigung zu begegnen Er glaubte, der Bischof habe ihn gerufen Das Glück steht ihm bei Das Gemach ist leer Also, schnell in die Startstube zurück Die Wimpelschnur unter den Polstern hervor Das Fenster auf Ein Ende der Schnur um die obere Das andere um die untere Haspe gewickelt Das ist schneller gemacht, als er es sich vorgestellt hatte Freilich ist es nicht möglich, das Fenster ganz zu schließen Aber mittels eines Stück Bindfadens gelingt es ihm Es so gut befestigen, dass es wohl kaum auffliegen wird Wind ist freilich genug da, glücklicherweise Die Wimpel flattern lustig Man muss sie vom Weiden sehen können Vincentius ist fürsorglich genug gewesen Die Schnur an der richtigen Seite zu befestigen So dass die Wimpel vom Fenster weggetrieben werden Dies ist sehr wichtig für den Fall, dass der Bischof hereinkommen sollte Nur ab und zu sieht er selber einen Schimmer davon Und zwar fast nur vom Roten, dessen Zipfel am weitesten weht Auch kann er häufig das leise Schnalzen der Enden vernehmen Das klingt seinem Ohre gar fröhlich Das Herz pocht heftig Diese gehetzte Tätigkeit und die Furcht, mitten darin überrascht zu werden Üben ihre Nachwirkung Ein Schwindelanfall ist auch nicht sofort gänzlich verwunden Während er die Schnur befestigte, konnte er nicht umhin Mehr als ihm lieb war von dem Abgründe zu sehen Und das Brausen der stromschnellen Drang mit peinlicher Deutlichkeit in sein Ohr Auch zu jeder anderen Zeit hätte ihn dies schwindelig gemacht Jetzt wirkte er es aber mit doppelter Macht Weil ihm Gertruds Befürchtung in den Sinn kam Und er sich vorstellen musste Er befestigte eine Strickleiter, um sich nächstens daran hinunter zu lassen Als er nun nach getaner Arbeit dort am Fenster steht Kommt ihm der Gedanke Sollte das vielleicht gerade der Plan des Bischofs sein? Dieser rangvolle Prelat hat ihn von der Turmkammer herunterholen Und ihm diese Stube anweisen lassen Die einzige des ganzen Hauses Aus der es einen ebenso behenden wie dreisten Kletterer Vielleicht möglich wäre, die Burg zu verlassen Vincentius war kein behender Kletterer Wie aber, wenn die Angst ihn über Dreist machte Und er einen Fluchtversuch unternehme Bei dem er unfair bei den Hals breche Als er es versuchte, Gertrud in Bischof Ottmar Den fleischgewordenen Teufel sehen zu lassen Ist Vincentius so gänzlich in seiner Rolle als Verleumdner aufgegangen Dass dieser Gedanke kaum aufgetaucht ist Als es auch schon bei ihm feststeht Dies sei der geheime Sinn des Himmertausches Welche gerechte Nemesis aber Wenn es ihm gerade dadurch möglich wäre Sich mit seinem Bundesgenossen in Verbindung zu setzen Und sich nicht nur Hilfe, sondern sogar Sieg zu verschaffen Welcher Triumph, wenn er durch diese ganz unerwartete Benutzung Des hinterlistigen Schachzuges seines Gegners diesen Mats setzen könnte Ein hohes Spiel, oh, er weiß es Aber er führt kaum mehr die Gefahr Sein ganzes Wesen zittert vor Kampf und Jagdlust Seinen verhassten Vorgesetzten zu demütigen Und dabei noch das große Ketzerwill zu erlegen Wie leicht gelangt es ihm Das Herz der jungen Ritterdame zu gewinnen Und eben dadurch jeden Edelwilde so auf die Spur zu kommen Dass es ihm kaum mehr entschlüpfen kann Selbst wenn auch der Kirchenfürst dazwischentreten Und seinen Krummstab dem Jagdspieß entgegenstrecken sollte Ja, damit würde er dann auch die Ketzerin fangen Und das Herz seines bösen Herrn zertreten Und möglicherweise gingen dann auch jener Traum in Erfüllung Durch Gertruds Hand ihr rechtmäßiges Erbe Diese Burg zu gewinnen Wenn er die Edeljungfrau gewinnen könnte Was gibt es dann, was zu erreichen er nicht imstande wäre Wohin vermag nicht er zu fahren Dem der Wind des Erfolges die Segel bläht Sich die rote Flagge wehen Höre, wie ihre Falten in der Luft schnalzen Längst schon hat Bruder Martin das Zeichen gesehen Wird er es auch verstehen? Was der Weiße und der Schwarze Wimpe können Das weiß er ja Nun aber der Rote, der in der brennenden Nachmittagssonne So weithin leuchtet Vermag er diese Farbe zu deuten? Vernimmt er ihren Segesruf? Ich hab ihn, ihn, den großen Erzketzer Nur schnell zugreifen, damit er nicht entschwindt Wir sind's, die ihn fangen, die den Preis gewinnen Und noch viel mehr Stehen wir nicht als die Wohltäter der Kirche und der ganzen Christenheit da? Zu mir, zu mir Oh nein, das kann er nicht hören Aber sein alter Münzkopf ist gewitzigt genug Um zu begreifen, dass etwas Neues und Unerwartetes hinzugekommen ist Etwas Entscheidendes, das doppelt und dreifach mahnt Alle Kräfte zu sammeln, sie zum Stoße anzusetzen Und, während man sie beisammen hat, schnell und hart zu treffen Blase, Wind, entfalte dich Flattere, schnalze freudig in der Luft Du, meine leuchtende Flagge Du bist die Farbe meiner Dame Sie selber hat dich ihrem Ritter geschenkt Du bist die Farbe des Kampfes und des Sieges Du bist gehisst auf Fortunas goldenem Schiffe Seine seinenden Segelschwellen Es trägt Vincentius und sein Glück Ende von Teil 28 Aufgenommen von Renate, Lakewood, Colorado Teil 29 von die Gottesfreundin Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind licenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Renate Die Gottesfreundin Von Karl Gellerob Fünftes Buch, fünftes Kapitel Vincentius Atemlos kommen Renate und Gertrud die Treppe von der Halle hinauf, Als die Tür der fünfeckigen Kammer aufgeht und Bischof Ottmar und der Kaufmann auf sie zueilen Mit demselben Ausdruck von Bestürzung, die in ihren eigenen Minen und Bewegungen sich spiegelt Habt ihr doch gehört? fragt Renate Ja, aber was? Ist ein unbestimmtes Summen in der Luft Ein verworrener Klang Hier, glaub ich, werden wir es besser hören können Antwortet Renate und pocht kräftig an die Tür der Stadtstube Keine Antwort Ottmar, der jetzt neben ihr steht, öffnet mit einem heftigen Ruck die Tür Indem sie eintreten, treibt der starke Luftzug das Fenster auf Es musste schlecht geschlossen gewesen sein Der frische Morgenwind trägt ihnen den Laut entgegen Er ist nicht zu verkennen Sie bayern unten Mein Gott, sollte die arme Stadt auch von Feuersnot betroffen sein? Alle stürzen zum Fenster Über den grauen Schiefer und Schindeldächern dort unten ist kein Rauch zu säen Aber noch etwas anderes als das Weihen der Glocken ist in der Luft Ein beunruhigendes, massiges und wirres Summen und Mohren Und jetzt, in unmittelbarer Nähe, hinter und über ihnen Das Hohentuten des Tomwichters, das so plötzlich und gewaltsam einsetzt Dass sie alle unwillkürlich zusammenfahren It's dort, dort, unter den Kastanien Nicht schwarz von Menschen? Fragt der Kaufmann, der weitsichtiger ist als der Bischof Dieser brügt sich eifrig zum Fenster hinaus Etwas Rotes flammt vor seinen Augen und legt sich wie eine Binde darum Die freimachende Hand ergreift ein rotes Halstuch Das an einer Schnur am Fensterrahmen flattert Was ist dies? Drei Wimpel? Offenbar ein Zeichen Gertrud, die blass wie ein Laken geworden, wankt ein paar Schritte zurück Und sinkt auf einen Stuhl Sie darf nicht mehr bei den anderen stehen Sie fühlt sich als Verräterin Wenn sie es auch allen zum Besten getan hat Dem bösen Bischof ausgenommen Ein tausendstimmiges Gebrüll von unten Selbst das Tuten vom Bergfried hier ertrinkt darin Alle Blicke richten sich nach der Brücke Sie ist nicht mehr leer Unter dem Dache der Kastanienkronen bricht ein dunkler Stromer vor Gleich einem Flusse, der aus einer geöffneten Schleuse sich in sein Bett ergießt Eine eng zusammengedrängte Menschenmenge Goldene Kruzifixe Possessionsbahner Und Gildefahnen Morgensterne Helle Badenexte Speerspitzen Sensen Heulgabeln und Spaten Schwanken und Blinken Über alle diesen Köpfen Deren Gesichter nach oben gewandt sind Nach ihnen Die Spitze des Zuges ist schon über den steinernen Teil der Brücke hinweg Die Bretter dröhnen hohl unter den Massentritten Immer wieder und wieder entsteigt diesem Menschenfluss ein brüllender Ruf Stets derselbe, kurzer, fanatischer Ausbruch Man kann die drei Worte nicht verstehen Aber erraten hört man den alten Kreuzfahrerruf jenes Gott will es Das schon so manche blutige Gewalttat eingeläutet hat Sie kommen Es ist zu spät Mit diesem Ausruf wendet Renata sich ab Sie ist blass Nicht wie die Schwiegerin Gleich einem Laken Sondern gleich dem Marmorbild eines Grabgewölbes Jene innere Stimme Die vorgestern hier in der Burgstube ihr so mahnend ertönte Werden für dich noch vier Tage kommen ? Noch drei ? Noch zwei ? Wie wahr ? hat sie gefragt Nur zwei und von dem zweiten nur ein paar Stunden Deren letzte schon verrennt Wo ist der Hausmeier ? Wir müssen ! Ottmar stürzt zur Tür Wo er mit dem hereintretenden Vincentius Pass zusammenstößt Bestürzt dein Zimmer voll ungeladener Gäste zu finden Blickt Vincentius sich verwirrt um Kommt ihr um nach euren Werken zu sehen ? Wie ? Mein Herr Famulus ? Wisst ihr vielleicht was jenes Zeichen bedeuten soll ? Vincentius hat seine Fassung schon wieder gewonnen Seine blassen Lippen umschlängelt ein giftiges Lächeln Es bedeutet, dass ich euch nicht in die Falle ging ? Nein Ich ließ mich nicht durch die schöne Gelegenheit verlocken Mich durchs Fenster zu flüchten und mein Genick zu brechen Das schlug fair Aha, also das war meine Absicht ? Gertrud faltet die Hände Als sich dieser teuflische Anschlag auf das Leben ihres Geliebten entschleiert Gewiss war das eure Absicht Zu dem Zwecke habt ihr mir die Stube anweisen lassen Ich aber benutzte sie dazu, Hilfe herbeizurufen Hilfe für mich und für diese edle Dame Die ihr Schicksal mit dem Meinigen verbindet Und die ihr schon wehntet in eurer Gewalt zu haben Um euch ihrer Person und dieser Burg, die ihr Erbe ist, zu bemächtigen Seid ihr von Sinnen ? Oh, ich habe keinen Grund es zu sein Denn die Hilfe kommt Und es bedeutet, dass die schwer heimgesuchte Stadtstrafe über diese Frau verlangt Eure Geliebte, unter deren Sünden sie so furchtbar leidet Denn sie ermordete ihren Gemahl Sie tat es, ich weiß es Um euer Kebsweib zu werden, tat sie es Ich habe Zeugnis dafür Ihre pestilensialische Ketzerei Aber ist am besten besorgt durch ihre Verbindung mit diesem Manne Mit dem großen Gottesfreunde Wie, überrascht euch das nicht? Nichts überrascht mich, außer eure Frechheit Wirklich nicht? Nicht der Schafsinn, der das Wild aufspürte? Obwohl ihr mich absichtlich auf falsche Pferde geschickt habt? Jawohl, ich ganz allein fand den Erzkerzer und habe sichere Beweise Dass er der große Gottesfreund ist Oh, das ahnt noch keiner dort unten Auch Bruder Martin lässt sich in diesem Augenblick nicht träumen Welchen unvergleichlichen Fang An der Alkoventür steht Konrad Mehr denn je scheint das pelzartige, rotbraune Haar Seine Spitze in die zusammengewachsenen Augenbrauen bohren zu wollen Der Blick, der unter ihnen hervorschießt, nehmt die Zunge des triumphierenden Famulus Gertrud, die sich beim Hereintreten ihres Geliebten erhoben und Mehr als einmal versucht hat, eine Aufklärung zu geben So wenig sie auch selber eigentlich das Betragen Vincentius begreifen kann Gertrud benutze diese Pause Sie ergreift die Hände Renathes und die des Gottesfreundes Fürchtet euch nicht! Er spricht ja nur so Es ist gar nicht seine Absicht Meinen Freunden Schaden zu tun Im Gegenteil Er will uns alle aus der Gewalt dieses furchtbaren Mannes befreien Ihr Blick zeigt auf Ottmar, der sich jetzt an Konrad wendet Gut, dass ihr da seid, Hausmeier Ich wollte euch gerade suchen Aber Konrad unterbricht ihn Indem er sich mit untertäniger Verbeugung an Renata wendet Ich muss der gnädigen Herrn melden Das Kot, den ich durch den Wald nach Affutsbach zuschickte Den Hohlweg mittels gefällter Bäume gesperrt Und den Verhauf von bewaffneten Bauern stark besetzt gefunden hat Der einzige noch übrige Weg Aber der Steg, fragt Ottmar Kann nicht wenigstens der Kaufmann zu Fuß über den Stegen kommen? Ein freundlicher Blick der kleinen hellen Augen Konrads Dankt ihm diese Frage Sie wird jedoch mit einem missmutigen Kopfschütteln beantwortet Auch der Steg ist bewacht Der Turmwächter meldet, dass der Kalbarienwerk von aufrührerischen Bauern wimmelt Vincentius lacht Die Falle ist zugeklappt Bruder Martin hat Wort gehalten Bald wird er an das Tor klopfen Ja, bald! Sie kommen! Er kann von unten den Ruf der Kreuzfahrer vernehmen Sie zu sehen ist dahergekommen Und sehen will er sie Ungeduldig schiebt der Gertrud zur Seite Die ihm schnell etwas ins Ohr raunen will Er steht am Fenster Die Brücke dort unten ist voll von Menschen Sie sind an der untersten Biegung des Fußpfades zu sehen An der nächsten noch nicht Einige klettern aufwärts durchs Gebüsch Zwischen Felsstücken Wo kein Steg ist Offenbar, weil der Zug den Weg versperrt hat Dieser ist vom Bergwalde verborgen Nur dort blinken nicht dort Waffen durch das Laub Er neigt sich weiter vor, um besser zu sehen Das flatternde rote Tuch blendet ihn Er reißt es los In wahnsinnigem Eifer schwenkte es Als ob er dadurch den Zug der Kreuzfahrer beschleunigen könnte Mit einem versweifelt, ratsuchenden Ohnmachtsblick Sied Renata auf den Meister Der leise zur zitternden Gertrud spricht Auf den finster, grübelnden Ottmar Auf Konrad Aber sein Gesicht verschwindet Kaum, dass sie ihr Auge darauf richtete Alle zucken zusammen Blicken sich erschrocken um Was geschieht? Was ist das für eine gewaltsame Bewegung in ihrer Mitte? In dem engen Raume Wie wenn Ein mächtiges Raubtier in seinem Käfig Auf das Gitter lospringt? Fuchtende Arme und Fäuste Sappelnde Beine gegen die Luft Kracken, Rassen, Klirren Von ausgestoßenen Scheiben Bleianfassung, Holzrahmen Keuchen steht Konrad am Fenster Allein Versteinerte Stille Endlich, endlich Tief unten Ein dumpfes Platschen Und dann Fast gleichzeitig Ein Wutgebull von dem Zug Unten auf der Brücke Aus ihrer eigenen Mitte Aber ein herzerreißender Schrei Gertrud liegt wie leblos am Boden Ende von Teil 29 Aufgenommen von Renate Lakewood, Colorado Teil 30 von Die Gottesfreundin Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Gottesfreundin von Karl Gjellrup Fünftes Buch Sechstes Kapitel Exit Amicus Dei Eine schwere Eine furchtbare Tat Es ist die weiche Glockenstimme des großen Gottesfreundes die sich vernehmen lässt Konrad wischt sich mit dem Ärmel die Schweißtropfen von der Stirn seufzt und holt tief Atem bevor er antworten kann Wohl weiß ich, daß geschrieben steht Wer das Schwert zieht soll durch das Schwert umkommen Das sagte unser Heiland zu dem getreuen Jünger der zu seiner Verteidigung das Schwert zog Wenn aber auch wegen dieser Tat Dämonen Macht gegeben würde mich in einen Abgrund zu werfen der zehnmal so tief wie dieser wäre so werde ich die Tat dennoch nicht bereuen Ach Konrad ruft Renata die zur Seite Gertruds kniet ihren Kopf auf einem Kissen zur Ruhe bettet und ihre Stirn mit Wasser aus einem irdenden Krug besprengt den ihr der Gottesfreund reicht Ach Konrad die wird auch keinem von uns Rettung bringen Mit Verlaub darin irrt ihr euch, Herren denn er hat ausdrücklich gesagt er wäre der Einzige der wisse wer der Meister sei und daß er sogar Zeugenaussage dafür habe womit er wohl mein armes Fräulein gemeint haben mag die sich durch seine glatte gleißnerische Zunge hat betören lassen und doch gewiß nur das Beste meinte Ja, nicht ein einziger von denen die jetzt kommen, sagte er habe eine Ahnung daß der große Gottesfreund hier auf der Burg sei Der Hausmeier hat recht ruft Ottmar Gott lohne es dem Manne Konrad er hat für uns alle gedacht und gehandelt denn wenn es uns auch gelänge den Meister aus der Burg fortzubringen so wäre das verlorene Mühe wenn der Verräter der jetzt seine Strafe erhielt wohlbehalten hier unter uns bliebe und die Bluthunde auf seine Fährte hetzen könnte welchen Vorsprung würde er dann haben welche Aussicht ihnen zu entkommen jetzt aber sinnte mal niemand die Anwesenheit eines solchen Mannes ahnt außer deinen Leuten auf deren Schweigen wir uns wohl verlassen können das könnt ihr hoch würden bestätigt der Hausmeier Renata blickt von ihrer Beschäftigung mit dem bewußtlosen Mädchen auf und nickt sie sind alle treu nun denn dann sehe ich jetzt mit der Hilfe der Vorsehung nichts was verhindern könnte daß ein reisender Kaufmann aus Basel mit Geleitbrief und Empfehlung von mir und mit meinem Siegelring als besonderen Ausweis daß er sogar in meinem Auftrag von Dannen zieht frei und unbelästigt durch die Reihen der seltsamen Kreuzfahrer gehen könnte um unverfolgt dorthin zu wandern wohin ich ihn schicke noch bin ich der Bischof von Regensburg und meine Autorität ist unangefochten dazu denke ich ist mein Krummstab noch immer tauglich ein Wanderstab für diesen Apostel zu sein jedenfalls ist das der beste Weg denn sie werden hier alles durchstöbern und ein Mann den sie hier als Gast der Ketzerin verborgen fänden würde ihnen höchst verdächtig vorkommen der Gottesfreund ist eifrig damit beschäftigt gewesen Renata in ihren Versuchen Gertrud zum Bewusstsein zu bringen beizustehen er hat das Schlüsselbund der Hausfrau genommen den Eichenschrank geöffnet und daraus eine Flasche mit Essig und etliche Leinenstücke hervorgesucht eine feuchte Binde ist auf die Stirn der Ohnmächtigen gelegt und ein mit Essig getränkter linnener Streifen über ihre halb geöffneten Lippen gebreitet worden von dieser Samariterarbeit erhebt er sich jetzt und legt seine Hand auf die Schulter Ottmars das habt ihr alles gut und richtig erwogen allein ihr habt eure Rechnung ohne den rechten Kaufmann gemacht glaubt ihr ich sei der Mann der seine Freunde in einer solchen Stunde der Not verlässt überrascht und höchst peinlich überrascht blickt Ottmar ihn sprachlos an er muß es sich gestehen daß er ungewohnt wie er ist seine Verfügungen durch fremden Widerspruch gestört zu sehen diese an sich so natürliche Weigerung nicht in Betracht gezogen hat und augenblicklich nicht recht weiß wie er ihr begegnen soll Konrad aber räuspert sich und mit einer seltsamen Mischung von Verlegenheit und Entschlossenheit tritt er an den Tisch wo Ottmar in einen Sessel niedergesunken war als das jähe Ende seines verräterischen Famulus ihn fast wie ein Schlag traf Mit Verlaub Herr es geziemt freilich einem geringen Manne wenig einem heiligen Meister zu widersprechen es steht jedoch geschrieben daß Gott manchmal aus dem Munde des Unmündigen spricht darum sage ich getrost ihr gehört nicht euch und nicht uns sondern Gott und den Freunden Gottes das sind eben die Freunde die ihr in einer solchen Stunde der Not nicht verlassen wollt die unbewusste Würde des einfachen Mannes ist so eigenartig daß sie alle überrascht und auf den Gottesfreund sichtlich einen starken Eindruck macht zumal als die Schlusswendung ihn gewissermaßen im höchsten Sinne beim Worte fasst er will eine abwehrende Bewegung machen aber bevor er noch ein Wort der Erwiderung finden kann hat Renata immer noch kniend sich von der Ohnmächtigen weggewendet und seine Hand ergriffen lieber Herr und Meister niemand kann das eindringlicher sagen als es dieser Getreue getan hat aber laßt auch eine die am besten weiß was ihr für eine auf den Tod erkrankte Seele sein könnt euch an die vielen gemahnen die sich euch zugrunde gelassen und jetzt dringsum auf eure Hilfe warten ihr wollt sie nicht vergebens warten lassen wenn die Vorsehung euch einen Weg zu ihnen eröffnet und das tut sie durch mich fügt Ottmar hinzu euer Widerstreben dagegen fortzugehen und uns unserem Schicksale zu überlassen selber das Leben dies kostbare Gut zu retten während wir im Todesschatten zurückbleiben dies Widerstreben verstehe ich wohl sieht es doch aus als ob ihr uns verließet während in der Tat wir es sind die euch verlassen müssen um das leichtere das bessere Teil zu wählen das uns gnädig geboten wird ihr wisst das sehr wohl auch seid ihr über Vorurteile erhaben und doch sind solche Vorstellungen unserem Fleische so tief eingepflanzt daß ihr es wieder bessere Einsicht fühlt als ob ihr eine Handlung der Feigheit begehen würdet wenn ihr eure Person in Sicherheit brächtet allein es handelt sich hier nicht um eine Wahl sondern um eine Pflicht um Gehorsam den ihr nicht verweigern dürft und gerade deshalb eröffnet die Vorsehung euch diesen Weg durch mich der ich Macht und Befugnis zum Befehlen habe denn ihr habt mir ausdrücklich versichert daß ihr Gottesfreunde die Gewalt der Kirche und ihrer Würdenträger anerkennt sofern sie nichts gegen das Wort Gottes und gegen das Gewissen befehlen der große Gottesfreund neigt bestätigend das Haupt nun wohl ihr seid hier in meiner Diözese und als die oberste geistliche Behörde hier befehle ich euch Kraft meines Amtes und im Namen der Kirche die in dieser Zeit ihrer Erniedrigung euch Meister und eure Bauhütten zu ihrem Aufbau doppelt nötig hat euch unzögerlich von hier fort zu begeben auf die Mission die ihr selber am besten kennt und mit den Briefschaften versehen die ich euch dazu sofort ausstellen werde denn die Zeit ist uns knapp bemessen und wir wollen sie nicht mit Worten verlieren so wenig ist Ottmar Willens dies zu tun daß er noch während er spricht ein paar Pergamentstücke vor sich zurecht legt sich eine Feder aussucht und eintaucht und zu schreiben anfängt alles ist bei der Hand auch Siegel wachs denn Vincentius hat es nicht versäumt am vorhergehenden Abend seine sieben Sachen auf dem Tische schönstens zu ordnen wiederum neigt der Gottesfreund sein Haupt als Zeichen des Gehorsams sein Blick ruht in dem Renatas die noch immer zu seinen Füßen kniend seine Hand hält in diesem Blicke liegt die ganze bittere Wehmut des Abschiednehmens von einer geliebten Tochter aber auch der Trost sie noch beim Scheiden ob ihres Loses beneiden zu dürfen denn es ist ja wahr daß diese beiden das leichtere und bessere Teil erwählen als ein Gnadengeschenk wird es ihnen geboten und es ist ihr gutes Recht es anzunehmen Scheiterhaufen werden Gott sei es geklagt bald genug aufflammen diese dürfen in einer sanfteren Glut verlöschen er dankt Gott daß er indem er selber einem dunklen und drohenden Schicksal entgegen geht seine Tochter geborgen weiß daß ihr der Gefängnisschmutz und die rohen Henkershände erspart bleiben diese beiden ruft die Doppel-Euthanasie mild von dannen zum Abschiede drückt ihnen das Leben noch eine Gabe in die Hand als Entschädigung für alles was es ihnen versagte das sarrazenische Fläschchen das Vermächtnis des heidnischen Mädchens als Gegenstück zum Fluche des Kreuzritters Ottmar spricht wieder während die Feder über das Pergament gleitet bedachtsam zurückhaltend gar denn die Schrift muß leicht zu lesen und von stattlicher Form sein der beste Weg der euch am schnellsten aus dem Haufen führt und auf dem ihr euch am frühesten beritten machen könnt ist der nach dem Kloster St. Jakob kennt ihr den ich meine den Fußpfad der wenige Minuten von dem Burgtor vom Langensteiner Weg rechts abbiegt und über die Waldblöße um die Höhe des Berges führt ich kenne ihn sehr wohl von meinen früheren Aufenthalten her vortrefflich ach Hausmeier ein Licht zum Versiegeln Konrad geht in das Gemach wo er schon im Alkoven eine Kerze auf dem kleinen Tische neben dem Bette findet es ist keine ganz leichte Sache mit dem Feuersteine Licht zu schlagen seine Hand zittert heftig sein Leben lang ist er ein Mann des Friedens gewesen und nicht an Gewalttaten gewöhnt mit Schaudern erinnerte sich jenes Abends es ist noch keine Woche her als der Famulus kam wie er selber da drinnen am Türpfosten stand und sah daß der Schwarze seine Herren anschielte und sich wie vor einer Hexe unter dem Tische heimlich bekreuzte und wie gleichzeitig aus der Nacht draußen das Gebraus der Stromschnellen so ungewöhnlich laut hereindrang und die Lust den ungebetenen Gast zum offenen Fenster hinauszuwerfen in ihn fuhr und jetzt so hat er's getan er muß einen Augenblick das Feuerzeug hinlegen und wieder den Schweiß von der Stirn wischen die Tropfen hängen in den Brauen und blenden ihn nicht daß er die Tat bereut es ist wie er gesagt nicht wenn er sie auch durch eine Höllenstrafe büßen sollte ein seltsames Wort das er einst vom Meister gehört kommt ihm in den Sinn der Mensch kann in der Hölle genauso geborgen sein wie im Himmelreiche ja so würde es mit ihm stehen wenn er wegen dieses Mordes in die Hölle käme nein bereuen tut er es nicht aber was wird jetzt geschehen wird es dem Meister gelingen frei von dannen zu gehen es muß gelingen nicht umsonst hat Konrad seine Hände mit Blut befleckt auch hält ja der Bischof seinen Krummstab schützend über den Meister aber was wird aus Ottmar selber werden und aus der Herren und aus Fräulein Gertrud der Ärmsten die er schon als Kind auf dem Arm getragen aus ihm selber daran denkt er nur wenig die Burg zu halten ist unmöglich wenn die Männer Belialz hereindringen werden sie mit ihm kurzen Prozess machen falls sie es herauskriegen daß er es war der eigenmächtig den Famulus in die andere Welt schickte mögen sie es tun Konrad hat die Kerze angebrannt und trägt sie hinein der Bischof schreibt Gertrud liegt noch auf der Diele ausgestreckt den Kopf auf dem Kissen der Meister spricht gedämpft mit Renata die vor dem offenen Schrank an einem Tischlein steht worauf sie den Ebenholzschrein gestellt hat dessen Deckel zurückgeschlagen ist sie füllt gerade jetzt eine ganz kleine Flasche mit Wasser aus dem irdenen Krug und der Gottesfreund reicht ihr ein längliches goldig glitzerndes Kristallfläschchen das er inzwischen für sie gehalten und geöffnet hat Konrad sieht das zierliche fremdartige Gefäß zum ersten Mal aber erkennt es sofort nach dem Hörensagen das Saraziner elixiert des Kreuzfahrers Valentin von Langenstein sorgfältig träufelt Renata fünf Tropfen des braunen Inhaltes in eine kleine Flasche deren Wasser sich gleich dem Rauchtopas färbt dann gibt sie dem Gottesfreund das Elixier zurück pfropft die Flasche zu und reicht sie dem überraschten Konrad du mußt jetzt das arme bewußtlose Kind zu der guten Ursula hinuntertragen grüße Ursula wir werden uns nicht mehr wiedersehen sie soll Gertrud dieses zu trinken geben sobald sie zu sich kommt es wird ihr einen tiefen Schlaf bringen dessen sie sehr bedarf und der auch sonst notwendig ist denn es geht nicht an daß sie in ihrem verworrenen Zustande nach dem Meister fragt oder vom großen Gottesfreunde spricht ob er in Sicherheit sei oder ähnliches wenn fremde und mehr als ungeladene Gäste ihre Fieberrede vernehmen können Ottmar blickt von seiner Arbeit auf das ist in der Tat wohl bedacht er unterschreibt den letzten Brief mit seinem kraftvollen Schwung zieht den Rubinring vom Finger und fängt an die Pergamente mit seinem Siegel zu versehen unsere Balken und Riegel werden dem Haufen länger Widerstand leisten als sie erwarten sagt Renata zum Hausmeier jedenfalls aber mache ich dich dafür verantwortlich Konrad daß kein anderer Widerstand stattfindet davon hängt die Sicherheit aller ab kommen sie friedlich in die Burg herein diese verirrten Bauern und Bürger dann dürfen wir erwarten daß kein Blut weiter vergeudet wird ich denke sie werden sich mit dem Opfer begnügen daß sie hier vorfinden du selber wirst gut tun dich so wenig wie möglich sehen zu lassen und vergiß nicht fügt Ottmar hinzu indem er seinen Siegelring in das weiche duftende Wachs drückt alle hier in der Burg müssen wissen daß es der Bischof selber war der empört über das verräterische Zeichen am Fenster seinen Famulus in den Abgrund stürzte Renata nickt diesmal kann ich sagen das ist wohl bedacht niemand kann ja von unten den Täter erkannt haben Ottmar hat beide Briefe geschlossen und ist gerade daran die Aufschrift zu vollenden als ein Ortsname der in gedämpftem Gespräch zwischen dem Gottesfreund und dem Hausmeier gewechselt wird seine Aufmerksamkeit fesselt in Merswins Fluchthaus sagte Erstere könnt ihr immer meinen Aufenthalt erfahren wenn ich genötigt wäre mich längere Zeit verborgen zu halten ich glaube ihr könnt nach dem grünen Wörth im Illflusse euren Weg finden des grünen Wörths werde ich gewißlich mein Lebtag nicht vergessen mag auch mein Ende nahe oder fern sein bei diesen Worten Konrads begegnet sich sein Blick mit dem Ottmars der Bischof erhiebt sich jetzt weiß ich Hausmeier wo ich euch vorher gesehen habe ihr wart mit eurem Herrn Hugo von Laufen als ich mit ihm auf dem grünen Wörth den Zweikampf hatte und er sehr gegen meinen Wunsch die unselige Wunde erhielt deshalb habt ihr mich immer so feindselig angeblickt deshalb und wegen des Preises den ihr auf das Haupt des Meisters gesetzt den hat mir der Meister verziehen wollt ihr mir jenen Streit mit eurem Herrn auch verzeihen oder wollt ihr im Zorn von mir scheiden Von euch der ihr den großen Gottesfreund rettet ruft Konrad und rückt die ihm dargebotene Hand wie in einer Eisenschraube Ja 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 das hoffe ich sicher zu tun Hier sind die beiden fertigen Schreiben Meister Dies ist ein offener Geleitsbrief bestimmt jedem vorgezeigt zu werden der euch ausfragt oder sich anschickt euch Hindernisse in den Weg zu liegen Er tut kund daß der Inhaber dieses Briefes und Träger meines Rubinringes der Kaufmann Johann Ring aus Basel von mir in einer wichtigen Mission ausgeschickt ist die Sache des großen Gottesfreundes betreffend Ein nachdrückliches Verweilen bei diesen Worten und ein Aufleuchten des Auges bezeugt daß Bischof Ottmar trotz dem Ernste der Lage nicht umhin kann den Doppelsinn des Ausdruckes mit seiner verborgenen Die Sache des großen Gottesfreundes betreffend von dem es männiglich bekannt ist daß ich einen Preis auf seine Gefangennahme ausgesetzt habe weshalb ein jeder der sich des Vergehens schuldig macht besagten Kaufmann unterwegs aufzuhalten der Kirchenbuße oder in schwereren Fällen dem kleinen Bann anheim fällt Dieser Brief aber ist an den Prior in St. Jakob einen braven mir sehr ergebenen Mann gerichtet es wird ihm darin mit derselben Begründung ans Herz gelegt auf jede Weise eure Reise zu fördern die in diesen unruhigen Zeiten mit Verzögerungen bedroht sein könnte insbesondere aber euch mit einem guten Reittier zu versehen und euch einen zuverlässigen Mönch als Wegweiser mitzugeben Ottmar überreicht die beiden Briefschaften dem Gottesfreunde der sie in seiner am Gürtel hängenden Ledertasche verwahrt dann ergreift er seinen Rubinring der auf dem Tisch neben dem Siegelwachse liegt und nun lasst euch diesen Ring an den Finger stecken ihr werdet ihn zuerst als Ausweis tragen später aber zur Erinnerung an diese Stunde und an einen dankbaren Freund der nicht mehr ist er passt sehr gut zu dieser Hand scheint mir denn er wurde mir von einem welchen Kardinal geschenkt an den ich denken mußte als ich auf dem Kalvarienberg in euren Armen erwachte bei ihm sah ich nämlich ein Bild des barmherzigen Samaritas das er unter allen seinen Besitztümern am höchsten schätzte und der Samariter war euch ähnlich aber auch dieser Ring war ihm sehr wert der Rubin stammt aus der Levante und hat den Ruf ein starker Talisman zu sein möge er seine Kraft bewahren und euch beschützen wenn Gott Gebrauch für mich als Arbeiter in seinem Weinberge hat dann wird der Ring wohl seine Tugend üben antwortet der große Gottesfreund und legt seine Hand auf die Schulter des Bischofs das denk ich auch und so geht denn euren guten Weg mein teurer Meister ausgerüstet zu solcher Wanderung von der Kirche selber so gut wie sie es in diesen Zeiten vermag das krause Lächeln womit seine Lippen diese Abschiedsworte äußern wird noch grauser als sie hinzufügen von jeher war ich ein Mann der Gegensätze ein Geist der seine Freude an der aufstachelnden Kraft des Paradoxons und an der Spannung des Selbstwiderspruches hatte hatte das 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 Leben rette und selber den Tod als mein Los und meinen Lohn erkühre dies sei mein letzter Widerspruch den Gott einheitlich in Wohlgefallen auflösen wolle Ende von Teil 30 Teil 31 von Die Gottesfreunden Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besetzt Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von L.D. Hamilton Die Gottesfreunden von Karl Gellerup Fünftes Buch Siebentes Kapitel Exund Renate und Ottmar sind allein Stille Fast Stille Ringsum Das Bayern hat aufgehört Die Brücke unten dröhnt nicht mehr unter den Schritten der Menge Die auf den Felspfaden zerstreuten haben sich heißer geschrien Der Wind hat zugenommen Er heult um die Turmzinnen und im Kaminer des Gemaches nebenan Er rüttelt den Bergwald auf Dessen tiefes ständiges Brausen jeden Lärm, der sich in seinem Schatten rühren möchte, ertränkt Renate löst ihren Arm von Ottmars Schulter Um dies Heidplatz-Schauspiel wollen wir doch jetzt die Langensteiner und Regensbürger bringen, sagt sie, indem sie sich erhebt Ottmar hat ihr gerade seinem Traum auf den Kalvarienberg erzählt, aus dessen Schrecknissen Er in den Armen des barmherzigen Samaritärs erwachte Ein frommer Betrug, Renate Sie werden einen Doppelmord weniger auf dem Gewissen haben und können es uns danken Aus dem Eichenschranke, dessen Tür noch offen steht, nimmt Renate eine große schwarze Lederkapsel von eigentümlicher Form und stellt sie vor ihm auf den Tisch Ein seltsam geheimnisvolles Lächeln umspielt seine Lippen, als er auf den Messingknopf drückt Das ungefüge Lederding spaltet sich und mit vorsichtiger Hand hebt er aus dem rotsammelten Innern einen silbernen, reich verzierten Pokal heraus Liebkosend gleitet seine Hand über die glatte Wand des geräumigen, inwendig vergoldeten Bechers Du schönes Trichgefäß! Nicht umsonst bist du gleich einem alter Kerl hier gefürmt und wirst wie ein solcher aufbewahrt Du segnest meinen Ausgang wie meinen Eingang hier auf Burg Langenstein Als ob es gestern wäre, erinnerte er sich der einzigen Gelegenheit, bei der er diesen Familienschatz enthüllt gesehen und ihn in seiner Hand gehalten hat Es war am Abend seiner Ankunft von mehr als 15 Jahren Er befand sich mit Renate und ihrem Vater hier in der Stadtstübe, wohin man sich aus dem schon halbdunklen Gemach zurückgezogen hatte, weil die Nachmittagssonne dies kleine Zimmer nicht nur erhellte, sondern auch erwärmte, sodass es an dem kühlen Apriltag freundlich anmutete Renate stellte ein Brett mit Weinkahne und Gläsern auf den Tisch Aber ihr Vater, der auf derselben Bank Platz genommen hatte, wo Otmar jetzt sitzt, rief ihr aufgeräumt zu Nein, Renate, nimm das Schlüsselbund vom Gürtel und öffne hier unsere Schatzkammer Dass mein alter Kamerad auf Winterstätten mir seinen Sohn schickt, damit ich seiner ritterlichen Erziehung die Krone aufsetzte Das verdient wohl, durch einen Trank aus dem Langensteiner Festpokal gefeiert zu werden Erinnerst du dich, wie mein Vater den guten Pfälzer Wein pries, den er damals in diesen vergoldeten Becher goss? Wir aber wollen jetzt einen weitköstlicheren Trank darin mischen Renate füllt ihn aus dem irdenen Krüge zur Hälfte mit Wasser Dann nimmt sie aus dem eben Holzschreine das längliche goldglitzernde levantiner Flaschen und hält es gegen das Licht Noch reichlich genug für uns beide übrig vom Geschenke der unglücklichen Sarazenen Und sie gießt den Inhalt in den Becher Einer schwarz-braunen Schlange gleicht auch das arabische Elixier in das Wasser Beugt sich wieder aufwärts und zerteilt sich, wie die Adern eines Achats, in viele gewundene Fäden Bis sich alles zu einer einförmigen, dunklen Maße vermischt hat, auf der die innere Wand des Bechers ihren goldigen Widerschein spielen lässt Sie beugen sich jedes von seiner Zeit über das in gold gefasste Zerberbrünnlein, dessen geheimnisvolle Tiefe ihre Antlitze widerspiegelt Du sagtest an jenem Abend da drinnen, Ottmar, du sagtest, dass du Hugo um seinen Tod beneiden könntest Ja, aber freilich fürchte ich hinzu, nur dass ich dich nicht verlassen möchte, um mit brechenden Augen dich in dieser bitteren Welt zurückbleiben zu sehen Ich habe es nicht vergessen, deshalb würde in mir der Wunsch laut Ach, dass wir sie doch einmal so zusammen verlassen könnten Und als ich meine eigenen Worte vernahm, klangen sie mir wie eine Verheißung Du aber seufzest aus Herzensgrund und meintest, der Traum sei zu schön Wir müssten der harten Wirklichkeit in die Augen schauen Und hatte ich nicht recht? Breitete sie sich in jenem Augenblick nicht finster und drohend vor uns aus? So war es, mein Freund Doch jetzt ist die Stunde des Traumes gekommen Nun ist er das Wahre Sieh, wie er uns so hold entgegen lächelt aus diesem morgenländischen Weißsaugungsspiegel Wollan wir wollen den Spiegel zerbrechen und die Weißsaugung erfüllen Sie ergreift den Kelch, stellt ihn aber wieder von sich Doch erst noch einen letzten Blick in die Wirklichkeit Was wir armen Sinnenwesen die Wirklichkeit nennen Vielleicht bietet sie uns noch einen Anblick Der auch für ein brechendes Auge sehenswert ist Denn mir fällt eben ein, dass die Kanzel von hier aus sichtbar ist Sie wendet sich und tritt an das Fenster Ottmar springt auf Dass ich daran gar nicht gedacht habe Schon steht er an ihrer Seite Dort ist er Siehst du ihn, Ottmar? Sie neigen sich hinaus, um besser zu sehen Auf einem vorspringenden Fellstock Sankt Jakobs Kanzel Wo die Berglehne umbiecht Zeichnet sich gegen den Himmel Die Gestalt eines Wanderers ab Er ist gerettet! Jubelt Frenate Er ist gerettet Und wir sind es auch Noch während er spricht Hört er ein schwierendes Pfeifen Und hinter sich im Fensterholz Einen sonderbaren schnalzenden Laut Schon blickt er sich um Was das wohl sein mag Als Renate einen Schrei ausstößt Und sich in seine Arme wirft Indem sie sich mit beiden Händen Ans Herz greift Sein flüchtiger Blick Hat zwei Armbrustpfeile Im oberen Fensterrahmen stecken sehen Ein dritter Er weiß es Ist in ihrer Brust verborgen Das Triumphgehöl von einer Gruppe Schützen Die an einem hervorspringenden Punkte Des Burgfelsens steht Halt in seinem Ohre wieder Als er sie behutsam in seinen Ahnen emporhebt Konrad hat die Alkoholrentür öffengelassen Als er das Licht hereinbrachte Es sind nur ein paar Schritte nach dem Lager Diesmal strakelt er nicht Seine zitternden Hände wollen das Kleid öffnen Dessen Brustlatz schon rot von Blut ist Sie wehrt ab Willst mich wohl gar verbinden Ihre Lippen öffnen sich zu einem eigenen Lächeln Wohl bekannt von den jungen Tagen her Wenn sie ihn von irgendeiner Unbedarfsarmkeit Zurückhielt Aber sofort fressen sie sich schmerzlich zusammen Den Trank Flüstert sie Mit ein paar Sprungen ist er drinnen und wieder zurück Beide Hände fest um den Kelch geklammert Damit nichts verschüttet werden Oh wie kostbar ist jetzt ein jeder dieser Tropfen Mit zärtlicher Vorsicht hebt er Renate vom Kissen Und hält sie gestützt Er nimmt den Kelch von dem Tischlein Auf dass er ihn von sich gestellt hat Um ihr zu helfen Und führt ihn an ihre Lippen Selber hält sie am Beherr Während sie begierig und doch vorsichtig trinkt Wenn auch für sie Weide genug da ist So darf dennoch kein Tropfen verloren gehen Bevor sie den letzten Schluck nimmt Überzeugt sie sich Dass mehr als die Hälfte des braunen Saftes In seinem güldenen Behälter schwimmt Dann setzt sie mit einem vertrauensvollen Befreiungszeugzer Den Becher von den Lippen ab Und lehnt den Kopf an seine Schulter Otmar stellt den Kelch auf das Tischlein zurück Das war das Todessakrament Denkte er Vielen hab ich es gereicht Aber keinem, der seiner es würdig war Ihr Kopf bleibt an seiner Schulter liegen Und er hält sie fest in seinem Arm Ab und so eine schwache Zuckung Ein Zittern des halbgeschlossenen Augenlides Ein paar kurze kröchende Atemzüge Doch das sind Bewegungen Die bald still werden In langsamer Regelmäßigkeit Hebt und senkt sich Der blutdurchtränchte Brustplatz Die blassen Wangen färben sich Ist der Schmerz jetzt vergangen, Geliebtes? Renate nicht Dann leuchtet in ihren Zügen Ein Lächeln auf Der Witterschein Einer klassischen Erinnerung Jener unsterblichen Worte Der sterbenden römischen Frau Non dolet paete Fußnote Es schmerzt nicht, Paetus Mit diesen Worten reichte Aria ihrem Gemahl Den Dolch, nachdem sie sich selbst durchbohrt hatte Ende Fußnote Sie macht eine Bewegung, um den Kelch zu ergreifen Er kommt ihr zuvor und führt ihn wieder an ihre Lippen Renate netzt sie nur Ich trinke dir zu, Ottmar Er leert den Becher bis zum letzten Tropfen Ein bitterer, würziger Geschmack Weich wie ein voller Wein gleitet ihm der Trank über die Zunge Ein dickes, pelzartiges Gefühl hinterlassen Dann durchströmt ihn eine starke Wärme und scheint bis in die feinsten Äderchen hinein zu rieseln Als Ottmar den Brief an den Abt versiegelt, war etwas brennendes Wachs auf seinen Finger getropft So gering die Wunde war, hatte sie doch die ganze Zeit gebahnt Jetzt hört der Schmerz plötzlich auf Er stößt den Finger gegen die Kante des Tischleins Die Berührung fühlt er, aber keinen Schmerz So ist es auch bei Renate, denkt er Ihre Wunde schmerzt wirklich nicht mehr Es ist nicht wie bei Aria, bloß ein heroisches Nichtfühlen Und er drückt sie fester an sich Sie erhebt den Kopf auf seine Schulter und schlägt die Augen auf Fast schwarz erscheinen sie, so groß sind die Pupilen geworden Erst jetzt bemerkt sie, wo sie sich befindet Und so hast du mich dennoch hier hereingetragen Ja, hier musste es sein Hier gab ich meinem Gemahl den starken Trank Der fünfzig Tropfen, die darf heben ab des Lebenslast Hier empfahre ich ihn selber von der Hand meines Gemahls Ja, meines Gemahls vor Gott, Ottmar Ihre Lippen begegnen sich in einem langen Kuss Einem unendlichen Kuss, denn die Lippen trennen sich kaum mehr Während ihre Häupter auf das Kissen zurückzinken Um dort beisammen liegen zu bleiben Ich frage mich, Geliebte, ob das nicht die erste ganz glückliche Stunde meines Lebens ist Gewisslich die des Meinigen Meinst du? Dann sei denn dies das allerletzte Paradoxon Der Gipfel des Weltwidersproches, dass das Beste, was uns das Leben zu bieten hatte, der Tod war Und dafür sei es gepriesen Ich kann dein Lächeln hören, Ottmar Sehen kann ich es nicht mehr Wie? Siehst du mich jetzt nicht? Ihre Augen werden größer und schwärzer Ein stilles Kopf schütteln Zu viel Licht, siehst du mich? Wie durch einen goldenen Schleier werde ich deiner lieben Züge gewahr Sie lächeln, so Holt Du fühlst gewiss keinen Schmerz nirgends? Ich fühle nichts Doch ich fühle gerade jetzt deine Lippen auf den Meinigen Küße mich wieder, mein Geliebter, mein Gatte Hörst du etwas? Renate Riefst du? Gott sei Dank, du hörst mich Ich hörte meinen Namen Er klang in meinem Inneren Es war, als ob Gott mich zu sich riefe Geliebte, Gattin Bleibe bei mir Bleibe bis zuletzt Eile mir nicht voraus Du warst mir ja immer voraus Als ich glaubte, um meiner Seele willen dich verlassen zu müssen War mein Geist durch Aberglaube verfinstert Als ich meinte, dich du deinem eigenen Besten betrügen zu sollen Würde ich selber von deiner durchschauenden Liebe fromm betrogen Als ich entsetzt wendete, du seist eine Ketzerin War dein Glaube der reinere, der höhere Ach, aber kannst du auch hören, was ich sage? Ich höre alles in meinem Inneren Ich weiß alles, was du sagen willst Fürchte dich nicht Ich bin bei dir Bei dir bis zuletzt Meine Gatte Was war das? Hörtest du das auch, Renate? Leeren Fern Ganz fern Höre nicht hin Nichts Die Welt Lausche nicht Bleibe bei mir Bleib in Gott Und das Krachen des gesprengten Tores Das Gebrühl des Haufens, der in den Burghof dringt Erreicht sie gerade Und erreicht sie kaum noch Als ein letzter Gruß einer Welt des Wahns und der Gewalt Die hinter ihnen liegt Tief Tief unter ihrem wachsenden Ewigkeitsfrieden Ende von Teil 31 Aufgenommen von L.D. Hamilton Ende von Die Gottesfreundin Von Karl Kjelerup Die Gottesfreundin 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 Die Gottesfreundin